Schon live gegangen? Nee, ne? Geil. Läuft bei mir. Sorry, Leute, für die, die gewartet haben. Zehn Minuten zu spät. Frech von mir, ne? Frech. Einfach frech. Ja, ich lass den nur auf T-Shirtel laufen. Schatz, ruhig, ne? Hast du schon eine SMS geschrieben, oder was? Ich hab's doch gemerkt. Alles ist gut. Ich hab's doch gemerkt, ey. Sind wenig Leute hier? Ja, alles gut. Ich hab immer wenig Leute beim Gaming-Stream. Wird ich nochmal. Werner, Servus. UK sind wir noch nicht dabei, Alter. Frech eigentlich, ne? Regionalliga Bayern ist im Achtelfinale. Das ist aber auch schon wild, ey. Servus, Olli. Der eine geschallert. Schallert hast du mir eine, wild. Servus, Servus. So, Phil. Ey, ich hab den gar nicht auf dem Markt, ne? Die wollen den alle haben. Unsere Maschine. 31, ey. Ich bin echt, äh, ne? Müsste ich aber einen anderen Anführer finden, auf jeden Fall. Ich mein, er kommt eigentlich eh nicht mehr zum Einsatz, wenn wir ehrlich sind. Unser rechter Außenverteidiger ist zwei Stufen stärker. Ja. Wir verhandeln mal. Wir gucken mal, was wir rauskitzeln können. Hm. Weiterverkauf wieder nicht mit 31. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Hm. 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 260 Riesen kriegen wir für den. Aber Phil ist schon guten, ne? Phil ist schon guten eigentlich. War auch nur eine 6er Form, ey. Da war halt auch wieder verletzt. Ist halt nicht mehr der Jüngste, ne? Mit 31. Ganze vier Spiele gemacht, Alter. Ich geb den ab. Ich geb den ab. Wir müssen dann halt einfach gucken, entweder... Dass wir einen Jungen hinterherziehen vielleicht. Ja, wir geben den ab. Für Übermarktwert. Ist das ein guter, guter Dingens... Kann auch locker 10 Jahre spielen, ey. Alles klar. Eason! Alte Kanone. Ja, Eason ist halt so mein Allrounder. Den kann ich eigentlich nicht abgeben, obwohl ich ja überlegt habe, noch ein linkes Mittelfeld reinzugehen. Eason hat auch wenig gespielt bei uns. Ah, immerhin, ne? Nein, Eason geben wir nicht ab. Aha! Sehr wild, Uli. Ich muss aber auch sagen, dass ich ziemlich angepasst auf den Horskystel bin, dass sie sich nur in der Schemenssieg mal Mühe geben können. Das ist schon eine Truppe, Mann, Mann, Mann. Ja, es ist schon traurig, ne? Es ist wirklich traurig. Und das grenzt eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind. Je nachdem, wie wir gegen Köln auftreten, grenzt das schon an Wettbewerbsverzerrung, ne? Wenn man 2 zu 0 in Heidenheim führt und dann 3 zu 2 verliert und sollten wir jetzt Köln 3 zu 0 wegputzen oder so, dann hat das schon ein bisschen Geschmäckle, wenn man ehrlich ist. Aber gut, so ist es halt. So ist es halt. So. Gut, wir müssen also gleich gucken, den rechten Außerteiliger brauchen wir einen neuen. Der hinter Bayeje die Nummer 2 macht. Müssen wir mal gucken. Kann auch gern erfahrener sein. Mal schauen. Ansonsten sind wir ja gerade ein bisschen im Flow hier. Eigentlich müsste ich den Eason auch mal ein bisschen pushen hier. Aber der König hat halt bisher echt überperformt, ne? Ist ja eine Maschine, der König aktuell. Was hat der denn für eine Form? Ja, eine Zehner. Kann ich nie rausnehmen, oder? Oh, wie spielen wir denn hier? Spiel zerstören, direkte Pässe. Wer hätte es gedacht. So, wir sind natürlich von der Stärke überlegen. Das ist klar. Von daher gehen wir mal die Sache vorsichtig offensiv an. Das kann alles bleiben. Das sollte eigentlich auch passen. Wir können Konter mal einen runternehmen. Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Roko, mach das schon. Gehen wir das Spiel konzentriert an. Naja, wir gehen schon konzentriert rein in den Bums. Das ist jetzt mit FIFA angefangen. Nach 10 Jahren krass, bin ich alt geworden. Ich war mal so gut. Jo, herzlichen Glückwunsch. FIFA-Spielmühle würde ich zu viele Controller schrotten. Männer, was ist los hier? Anfangsviertelstunde müssen wir da sein. Bin aber zweikampfschwach, Leute. Sehr gut, Flo. Flo im Angriff, Alter. Macht da den Heavy Cane. Selber eingeleitet. Der da, Servus. Ja, ich denke, man hat das gerade bei D-Boy gesehen. Dass er da sich einen Arsch aufreißt. War schon sehr auffällig. Heavy Cane reißt sich eigentlich in jedem Spiel einen Arsch auf. Aber auch da war es nochmal eine Schippe mehr, denke ich. Der Rest war... Also Delirt und Daya haben gespielt, wie immer. Super souverän, abgeklärt. Kimmich hatte auch die letzten Spiele so gespielt. Das war völlig fein. Alles gut. Davies war genauso schlecht wie sonst. Vielleicht einen Tacken besser in der zweiten Halbzeit. Ach, du grüne Mann. Ist soweit. Hätte gestern nicht aufhören sollen. Den Lauf hätten wir gestern mitnehmen müssen. Eieiei. Männer. Sehe ich noch was vor der Pause, oder was? Ja, es ist einfach so ein Spiel, oder? Machen wir uns nichts vor. Da müssen wir taktisch jetzt ganz hart eingreifen in den Bums hier. Zwei gute Chancen gehabt, keinen gemacht. Weißt du Bescheid, ey. Wie der Bums läuft hier. Okay, okay, okay. Der Melsen hat schon gelb. Läuft. Der König ist heute nicht in Königsform. Dreie auch mal wieder nicht. Weiß er was? Da wird gar nicht rumgehampelt. Wer kann eine Leistung bringen, geht halt raus. Fertig. So. Gut. Entweder laufen wir jetzt im Konter rein. Oder wir werden jetzt endlich mal ein bisschen hier... Stehen aber auch tief, alter. Leck mein Arsch, ey. Wir gehen mal eine Stufe härter rein hier in den Bums. Ja, na sicher. Zwei Null, ne? So lächerlich, alter. So lächerlich. Männer, wenn ihr den jetzt wieder nicht macht, ne? Ja, machen Konter. Drei Null, oder was? Junge, Junge. Katastrophe. Ei, 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 ei. Jetzt müssen wir mal eine taktische Meisterleistung auspacken hier, ey. Alle sind, haben keine Fumme. Ortega denkt sich auch heute, ach, weißt du was? Ich pimmel einfach mal ein bisschen rum, alter. Ist schon frech, ne? Ist schon frech. Oh, wir lassen das mal. So, und wir werden mal ein bisschen... Hätte auch schon gelb, Alter. Ich sag immer wieder, hello again. Abfahrt jetzt. Reaktion will ich jetzt sehen hier. Mann, Mann, Mann. Ja, was ist los? Wenn du die Dinger nicht machst, machst du die Dinger nicht. So, da wäre bei FIFA der Controller schon vor die Wand geflogen, Alter. Aber volles Rohr. Lächerlich. Wenn der nicht tot wäre, könnte ich den auch bringen können. Aber der ist halt leider tot. Macht also keinen Sinn. Eigentlich kann ich gerade nichts mehr groß ändern. Wir könnten sagen, wir gehen voll über die rechte Seite. Wir ziehen den Eason noch in die Mitte. Und gehen Mitte und rechts. Evi Gohl, Evi Gohl, Evi Gohl, Evi Gohl, Evi Gohl. Gut. Männer. Das ist, was ich machen kann. Ich kann doch äußerst offensiv machen. Junge, Junge. Ne, das ist heute eines dieser Spiele, Alter. Ne, extrem offensiv. Extreme Einsatz. Trotzdem kriegst du keine Chance mehr, Alter. Leck meine Füße, ey. Ne, ich ja nicht. Da rege ich mich noch niemals mehr auf. Das war nach zwei Minuten in diesem verfickten Spiel klar, dass das Spiel so endet, Alter. Junge, Junge. Was wollt ihr? Renny Orton ist verletzt. Ja, hast du Pech gehabt, Junge. Meine Fresse, Alter. Na ja, das Schöne ist, dann kann ich gleich durchsimulieren, Alter. Ich hätte ja gesagt, ich simuliere nicht, solange ich ungeschlagen bin. Aber wenn ich jetzt verloren habe, kann ich auch durchsimulieren, den Bombs. Aufsteigen tun wir eh. Können wir die Rückrunde durchsimulieren. Ja, die gelbe Karte war eine gelbe Karte, Alter. Er tritt ihn von hinten auf den Fuß, Alter. Was ist los? Jetzt muss ich nicht drüber reden. Oder fangen wir dann an wie bei dem Elfmeter, oder was? Weil es nicht gewollt war, oder weil es ein E-Jugendfehler war, pfeifen wir es nicht, Alter. Was ist los? Ja. Leute, ich bin enttäuscht von euch. Maßlos. Ich bin maßlos enttäuscht. Ich finde gar keine Worte dafür. Ich sage euch, wie es ist. So, ist das jetzt der Stufenfortschritt? Ja, okay. Okay, okay. Ich muss mal eben ganz kurz durchchecken hier. Künstler. Alles Künstler, Alter. Sehr wild. Alles Künstler. Ja, aber knapp hätte man halt eher auswechseln müssen, ne? Ja. Ja, FIFA ist natürlich schon komplexer geworden, aber FIFA ist halt, ich habe vor zwei Jahren oder so ein bisschen FIFA gedaddelt. So, genau. Torhüter hatten wir. Wir brauchen recht einen Außenverteidiger. Wieder nur Italiener hier, ey. Anbild, ne? Ist schon wild, ne? Wir können ja mal aus Just for Forten gucken, ob es einen rechten-Mitte-Feldspieler gibt. Natürlich nicht. Einen rechten-Mitte-Feldspieler gibt es in diesem Spiel einfach nicht auf dem Transfermarkt. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, sage ich euch. Ich habe eigentlich gedacht, der Flo, weiß er, gestern hat er ein gutes Spiel gemacht zum Abschluss und heute war es eine katastrophale Leistung. Maßlos enttäuscht. Ja, lege ich mal Geld an. Maßlos enttäuscht ist er. Unzufriedene Spieler, Anthony Vergara ruft sie an, er kundet sich höflich danach, um seinen Klienten zu messen im Moment, so wenig eingesetzt wird. Aha. Verbinde die Leistung von Davis hat immer mit den Forderungen, der Berater muss ihm doch auch mal sagen, wenn so spielst du, reißt real jedes Angebot und deine 20 Milliarde. Das ist absurd. Alles was mehr wie 10 Milliarde ist, nein, tschüss, weg, geh bitte. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das Leistungsvermögen, was er zeigt, ist nicht mehr wie 10 Milliarde wert. Fertig. Da müssen wir nicht drüber reden. Und das hast du gesehen. Arsenal hat die erste halbe Stunde alles über rechts gespielt, Alter. Der war Maßlos überfordert. Gnabry war mehr linker Außenverteidiger wie ein Davis. Da kannst du ja den Hut von Gnabry ziehen. Also, ansonsten wäre das gar katastrophal geendet. Warum Arsenal dann in der zweiten Halbzeit alles über Kimmich gespielt hat, I don't know. Habe ich nicht verstanden. Kimmich hat sehr gut weggearbeitet mit Delich zusammen. Letzte vierte Stunde haben sie dann den Ressus reingebracht. Dann haben sie wieder alles über rechts gespielt, über Davies Seite. Und dann hast du gesehen, dass Arsenal wieder Chancen herausgespielt hat. Ja. Zum Glück ist er im Rückspiel gesperrt. Das ist mein Fazit. Männer, was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Ebenen spielen wir hier. Die beiden brauchen noch. Der ist verletzt, der ist gesperrt. Vom Kögel war das der Berater, oder was? Er hat sich beschwert. Ey Junge, hättest du gerade den Kopfball reingemacht, ne? Aber hast du nicht. Gleich, Alter. Genau, Randy Orton ist tot. Ja, da sind die Alternativen. Die anderen sind, äh, sind wild. Ach, der Luchs ist ein linker Außenverteidiger. Wen hab ich denn da? Doch, ich hab doch unseren rechten. Ne, ach, die gehört zwar anders. Ja, die gehört zwar noch. Ne, Männer. Ihr habt was gut zu machen, ne? Sollte klar sein. Sollte klar sein. So, wir spielen zu Hause. Wir gehen natürlich offensiv an die Sache. Zack. Gehen das konzentriert an. Unser Trainingszustand. Abfahrt. So, jetzt muss ich dich mal kurz konzentrieren hier. Ich muss meine Gedanken, weißt du, auf den Bildschirm übertragen. Schwächephase haben wir gerade. Dortmund ist gar nicht so schlecht von der Stärke her. Ballbesitz sieht schlecht aus. Zweikampfverhalten ist grottig. Läuft gerade richtig gut bei uns. Mal's mal rein, das Ding. Was ist das denn? Was ist der Sternkopf-Gedächtnisfrei-Stoß oder was? Wegen Spielverzöger, mich reklamieren. Wegen Handspiel, Alter. Ja, super, Lukas. Grandios. Grandios, Alter. Junge, 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 ey. Leck meine Füße, ey. Ich dachte, wir können heute hier schön entspannt durchziehen. Weißt du, eben schnell den Aufstieg klar machen. Und dann gehst du mit zwei Niederlagen in den Bums hier rein, Alter. So lächerlich. Gleich ein bisschen Tuchel, Alter. Trauerspiel. Trauerspiel. ich bin entsetzt ich bin entsetzt weil das geil ist egal wen du auf links bringt alter die note ist immer 4,5 ist schon wild das ist schon wild wo kann ich denn meine güte die spielen doch nicht mal ein vernünftiges spielaufbauspiel die schlagen aus 30 meter aus dem halbfeld eine flanke auf dem elfmeter punkt auf irgend so ein pisskorb oder was was ist hier los junge junge alter ist nicht euer ernst jetzt gehst du wieder in die offensive alter dann kriegst du gleich direkt den konter steht 2 0 und da ist der bums gelaufen so wird es laufen zum kotzen alter läuft richtig männer bin super super glücklich mit euch ihr performt gerade alter das ist die wahre pracht junge junge alter fällt dir in Eihosehose ja unsere auswechseloptionen sind auch legendär sind legendär alter die mich nicht gegeben rocco erlöse mich alter bitte bevor ich hier abdrehe ich weiß nicht hat sich das spiel wo ich gestartet habe gedacht weißt du was wir ficken den heute mal richtig ab oder das hat sich dort das manager spiel gedacht heute ach komm da brauchst du gar nichts hinkommen der geht eh nicht rein ja legende oder aber elf meter hat er sogar ein plus drin ist da bescheid ich wechsle auch nicht mehr lass durchlaufen und bums geht mir nur auf den sack alter ist das lächerlich weißt du das sind immer so sachen die ich nicht verstehe alter du spielst zuhause bis 15 stärken stärker und du machst einfach keine bude rein na außenpfosten 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 das ist doch verarsche am menschen alter nichts anderes junge junge raffi servus lächerlich hier kann die tuchel machen 2,46 xg zu 0,46 xg und 1 zu verloren läuft junge krisensitzung direkt direkt krisensitzung junge junge alter würde ich gar nicht sehen gibt keinen grund für eine krisensitzung nach zwei niederlagen alter das sind so sachen die mich zwiggern zeige ich euch dann mache ich meine eigene krisensitzung oder keine krisensitzung schon gibt es eine krisensitzung alter nein es wird kein spieler geschickt keine leistung gebracht wird auch keine spieler geschickt alter bums so treini alter jetzt mal ernsthaft ne Letztes Spiel war Mist, Alter. Das ist mir egal, ob du was anders siehst. Wenn du noch einmal wieder sprichst, wirst du verkauft. Fertig. Sieht er anders. Mats. Will ich hoffen, dass du gut verarbeitet hast. So, das letzte Mal. Das nächste Mal kriegst du auch einen Einlauf, ne? Lukas, du kriegst einen Einlauf, Kollege. Ja. Dem sehen Sie sich da selbst reflektiert. Das ist ja schön, das ist hier eine Diktatur. Da kann ich die Spieler auch als sicherlich bezeichnen. Na ja, zum neuer Elfer habe ich ja schon was gesagt. Ich fand den Schiri sonst eigentlich gut. Er hat eine klare Linie gehabt auf beiden Seiten. Fand ich eigentlich okay, den Schiri. Okay. Vorsicht, guten Abend. Keiner von uns dabei? Ne. Ja gut, bei den Leistungen, ne? Schon abgestiegen? Ja, wir sind auf dem absteigenden Ast gerade, Vorsicht. Wir sind auf dem absteigenden Ast. Das verstehe ich halt auch nicht. Das ist noch rechtes Mittelfeld. Trotzdem wird das schlechter. Diesen durchgehend Maschine. Warum? Müssen wir nicht. Ja. 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 Komisch, ne? Gegen wen geht's? Gegen den 17. Alter, komm, dann muss der Müller rein. Dann muss er rein. Fertig. Und der Götz, der Götz ist tot. Wie gemacht für uns eigentlich? Alter, die müssen wir auseinandernehmen. Sonst werde ich gleich... Dann krieg ich einen Schreianfall, Leute. Dann ist soweit. Vielen Dank. Vielen Dank. Ei, ei, ei. 24 Stärken stärker. 33% stärker wie der Gegner. Quasi der FC Bayern diese Saison, Alter. Ja, individuell maßlos überlegen. Mannschaftlich hat es einen Bruch gegeben. Einzelaktion muss es rausreißen. Ganz stark. Leute, ich schieße kein Tor mehr, oder was? Das dritte Spiel in Folge. Wollen die mich verarschen, oder was? Was ist denn los mit denen? Wenn selbst der Mats daneben schießt. Ja, schieße doch, Junge. Und schieße doch einfach in die rechte oder linke Ecke. Junge, Alter. Er schießt den Goalie genau in die Arme. Lächerlich. Lächerlich. Wow. Wunder, dass der nicht eingeschlagen ist. Aus 45 Metern. Von der rechten Außenseite. Junge, Junge. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Alter, die musst du einfach wegpölen, Alter. Die musst du einfach überrennen. Punkt. Alter. Ey, das ist gerade, als wenn du dir eh Jungfußball anguckst. Mini-Kicker. ... ... ... ... ... Das war's. 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 Eason ist kurz vor Level ab. Eigentlich auch okay. Ein rechtes Mittelfeld. Ich brauche auf jeden Fall einen rechten Außenverteidiger, weil Phil uns ja verlassen wird. Es wäre geil, wenn ich nochmal einen rechten Außenverteidiger kriegen würde, der auch rechtes Mittelfeld spielen kann. Ähnlich wie Brian. Oder umgekehrt. Ist mir eigentlich Wurst. Da gucken wir nochmal kurz nach. Die hatten auch hier schon was gescoutet, oder? Der kann nur rechte Außenverteidiger und rechte Außenverteidiger. Hier, Alexandro Di Bardo. Maschine, Alter. Siebener Stärke kriege ich doch eh wieder nicht. Ich muss das Gehalt doch gar nicht zahlen. Aber ich frage den mal an. Frech. Wie kann ich den denn aus meiner Liste löschen, hier? Wieder entfernen. Okay, dann werfen wir nochmal einen Blick wahr. Aber wahrscheinlich finden wir eh nichts. Aber man muss die ja immer erst gehauen, ey. Ja, ein Sechser muss schon sein, aber das andere macht keinen Sinn. 19 Jahre schwarzes Haar. So stand er vor mir. Rechte Außenverteidiger. Innenverteidiger ist natürlich auch nice. So viele Möglichkeiten, Leute. Ich kann aber gucken, ob ich außerhalb Europas mittlerweile was kriege. Aber ich denke eher nicht so. Nee, da gibt es erst gar nichts, oder was? Das ist sehr frech. Südamerika. Ja, so ein paar Argentinier in der Abwehr ist doch immer gut, oder? Doch immer Maschinen. Rechter und linker Außenverteidiger ist auch wild, ne? Auch ein Siebener den Kicher. Guck mal, Grundgehalt 40.000 hat. Der kriegt ja gerade mal die arme Seele. Sammartin Sosa, Alter. Du bist es. Wo ist er denn? Alter, die haben einen ollen Namen, ne? Daniel Lima, De Castro. Victor Ricardo Guerrero, Candido, wach. Kann man mal machen. Rechter Außenverteidiger, rechter Mitte fällt. Der wäre eigentlich cool, ey. Der wäre eigentlich cool auch. Aber auch hier kann ich nicht. Der war das, oder? Aber der will wahrscheinlich eh nicht. Fein. Oh, doch. Wow. Wow. Ich kann endlich ausländische Spieler kaufen. Das ist ja mega. So, wo war denn jetzt der andere Brasilianer? Der war das, ne? Aber den kriege ich nicht. Aber ich frage mal an, ey. 1,9 Millen, vom FC Sao Paulo. Ja, komm. Einfach mal aus Interesse. Sehr gut. So, haben wir sonst irgendwas noch hier, was uns noch irgendwie... Ja, wir müssen die ja scouten, ne? Scouti, Scouti. Ja, komm, wir fragen jetzt mal an. So. Jedes Jahr müsst ihr, okay. Gib ein Ampelsystem auf dem Finanzamt. Wenn du was zurückbekommen willst, schreiben sie dich nicht an. Nur falls eventuell du was nachzahlen musst, bist du interessant. Ja, das ist klar, Alter. Kann, muss aber nicht. Egal, wie oft du Steuern abgegeben hast. Okay. Ja, ich mach ja eh alles online, ne? Ich mach alles über Elster direkt. Okay. Ehe nicht schriftlich, oder so. So, Brüninghausen, Alter. Mal eben gucken, was haben wir letzte Woche trainiert. Normal, ne? Sehe ich gar nicht mehr, ne? Hier hat zwischendurch was geändert. Wie sieht denn so die Fitness aus, Männer? Die Fitness schreit zu... Geht mir nochmal richtig in die Fresse. Von daher... This one. David Nikolai. Unser einzig... Ah, der fährt ja nicht los, ne? Der verbessert sich sogar nochmal. So. Marco Schuster. 6,4er. 29 Jahre alt. Anführer. Maschine schlechthin. Sehe ich denn auch wie Level-Up, sehe ich nicht. Ja, gut. Da werden wir reingehen in den Bumschen, ne? Der will auch zu uns. Das heißt, wir kriegen den für... 400.000. Frage ist, was er Gehalt haben will. Der Gierlappen. Der Preis ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ist klar. Ne, hab ich zu gut ausgehandelt, ne? Fotzenköppe, Alter. Puh, wird schon alt geworden. Noch irgendwelche Sounds rein. Nexo, servus. Mir geht's gut, außer dass hier gerade Krise ist im Spiel, aber ansonsten geht's mir gut. So, wir haben 24. Der will 5 Jahre Vertrag haben. Der ist 29. Die Frage ist, kriege ich ihn dann nochmal los? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß nicht, wie der die Karriere beenden und nicht mehr den Verein wechseln wollen. Aber gut, er wäre dann immer noch ein Anführer, ein erfahrener Haudegen, den wir im Kader haben. Okay. Wir gucken mal. Handgeld ist okay. Gehalt würde ich gerne runterkriegen, gerade wenn er so lange Vertrag haben will. Siegprämie ist okay. 61 Interesse. Oh, das wird hart. Tart, ey. Tart. Ich muss den nehmen, ich brauch den. Den Marco. Marco, du bist es, Alter. Oh, da bleibt für mich aber ordentlich was übrig. Ordentlich, ne? Ordentlich, ne? Zaghafte Verhandler hat immer schon viele Kinder. Halt die Grosche. Quatschen irgendwelche Leute rein, ist ja frech. Irgendwie Grundsteuer, aber auch ein Witz. Ja, bei uns hat das nichts geändert, ne? Irgendwie zwei Euro oder so. Dö, 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 dö. Davide hat seine Schwäche beseitigt. Das ist sehr gut. So. Er ist eigentlich schon Maschine, ne? Wäre noch geil, wenn er noch flanken könnte. Ja. Habe ich aber nirgendswo, ne? Dribbling. Nein, gegen den Torwart. Hm. Ja, dann lassen wir ihn so. So. Victor Rigado. Rechter Außenverteidiger, der auch rechtes Mittelfeld spielen kann. Der wird natürlich Probleme haben, weil er ja die Sprache so gar nicht kann, ne? Als Brasilianer. Ich wollte mehr haben, wie der Marktwert ist, oder was? Habt ihr was geschnüffelt, oder was? Ist natürlich eine Wundertüte, ne? Ist natürlich eine Wundertüte, aber ist halt der Ergänzungsspieler, den ich brauche, weil ich den anderen rechten Verteidiger halt weggegeben habe. Ja. Ja, ich könnte noch mal... Ach, ich hab weiterverkauft. Das ist doof, ne? Dann platzt der bestimmt. Hm, 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 hm. Machst die Steuern immer in Papier und fährst auf Finanzamt vorbei. Geil. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Hm, hm, hm. Ja gut, das war bei uns ja auch. Ich meine, ich muss das ja zum Glück nicht machen. Weil ist ja nicht mein Haus hier, aber... Das war bei uns auch, ja. Da hast du auch keinen Plan, was er da alles eintragen muss. Also das war wild. So, hier würde mich einfach nur mal interessieren, was der, äh, an Handgeld will und was der für Gehaltsvorstellungen hat. Das würde mich nur mal interessieren. Deswegen bin ich in ihm drinne hier. Also den zu kaufen ist utopisch. Es sei denn irgendwie... Die gehen mir echt hier auf 700 runter oder sowas. Das ist schon ein Schnapper bei dem Marktwert, ne? Als wenn wir den einfach wieder vertickern würden nächstes Jahr. Wir gehen mal rein in den... Puh, war schon alt geworden. Das ist aber okay. Sogar vom Grundgehalt ist das okay, ey. Handgeld ist natürlich übertrieben hoch, ja. Ich gucke das gleich nebenbei ein bisschen, ja. Ich werde weiter streamen auf jeden Fall. Ich werde das nebenbei gleich so ein bisschen hoffen lassen. Ja, wo die 10.000 rein sind, ist auch nicht raus, Alter. Tagsauflösung bei Abstieg. So, was geschnüffelt. Alter, der ist halt echt günstig, ne? Ich überlege echt, ob ich den nehmen soll, ey. Dann habe ich aber keinerlei Budget mehr. Und unseren Defensiven haben wir noch nicht geholt, oder? Oder habe ich... Doch, den habe ich... Doch, den habe ich verpflichtet, ne? Gerade. Der andere Außenverteidiger war geplatzt, genau. Normal muss ich den kaufen, Alter. Einfach als Investition, ey. Ich habe halt gute Außenverteidiger. Das ist halt so das Ding, ne? Ich wollte halt einen für die Bank haben. Steuernerven immer, ne? Wir gehen vielleicht auf 100.000. Wir gehen vielleicht auf 100.000. Ich lasse Ihnen das jetzt entscheiden. Ich verhandle nochmal. Okay. Okay. Dann bin ich da zwieger geworden. Ich überlege ja, ob ich den nehmen soll, weil ich dann kein Budget mehr habe. Darum geht es mir gerade. Das ist auf jeden Fall ein Schnapper. Das Ding ist halt, ich habe zwei gute Außenverteidiger. Aber dann hätte ich halt drei, weil der kann beide absichern. Die Welt gehört dem, der handelt. So sieht es aus. Kommt in Kürze. Ich habe erwartet. Und wenn wir Glück haben, ist er ja, vielleicht wäre er immer einer, der Bock hat, auch woanders zu spielen. Dann könnte ich ihn halt sogar noch umschulen. Aber die sind echt selten. Sehr gut. Guck mal, Sportpsychologe hat Wendy Orton ein bisschen gepudert. Sehr gut. Muss ich das nicht machen. Dann muss ich das nicht machen. So Männer, jetzt nochmal ein Sieg und dann ist alles tutti. Erster gegen Letzter. Wir wissen alle, was da passiert, oder? Ja. Ja. Alle fit auf einmal. Ist ja wild. Ich muss den Isen mal ein bisschen spielen lassen, damit er sein Level macht. réussnecke. Wenn ich nicht. Ich weiß, dass ich nicht viel. Schönnecke hat Mike Respượng. schneller runter ist das. Wer hätte ich. Würde mich noch stärken. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja klar. Nachher. wenn du es laden, wissen wir es nicht superstit Perefflich, Ich komm und sag einfach mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, Ranbu. Was schieße ich bitte für komische Krüppeldinger, Tore? Oh, ja. Oh, ja. Hä? Ernsthaft? Warum steht denn mein Torwart im Sturm und hat ein Tor geschlossen? Was ist denn jetzt los, Alter? Hä? 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 Was ist da passiert? Hä? 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 floh er braucht 15 spiele für drei toren ricardo einmal aufgestellt beim tor bild lass ich mal spielen bis zur halbzeit wild was das denn jetzt egal was los der zauber verflogen oder was was habe ich denn da wieder gemacht all to belly ricardo doppelpack als torwart alle ist der bescheid spiel durchgespielt den sheet gefunden hat er stellt einfach ein torwart vornherein der macht die hüten unterschreibt 95 jahres vertrag was bei uns oder was ja gut was der floh stattdessen macht war doch das ist der meiste da ist jetzt kommt der floh pass auf naja grübel er schiebt natürlich ein nikolai will auch noch schießen das ist ja 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 die hätten den auch eher kaputt getreten bevor der ein tor geschossen hätte in der kreisliga da müssen wir uns ja nichts vormachen aber ja ja Da-da-da-da-da-da-da-dauh-da-da-da-da-da Nix macht Flo. Ja, noch hat er ein bisschen. 24 Juni hat er noch. Randy, da ein Ballverlust. Oh, der Mats. Ei, ei, ei. 19. Später. Der Kögel ist echt gut, ne? Der ist echt gut, ey. Ich überlege halt echt, ob ich den mal in der Rückrunde durchballern lassen soll. Ich meine, meine Stürmer treffen eh nicht viel. Könnte man riskieren, ne? Der Chris, Servus. Ja, wir haben eine kleine Schwächephase gehabt mit zwei Niederlagen. Haben uns schwer getan, die letzten zweieinhalb Spiele. Aktuell geht's gerade wieder hier einigermaßen in die richtige Richtung. Jetzt ist erstmal Winterpause. Ja, so ein Ding. Schöne direkte Spiel, Alter. Ja, so würde ich das sehen. Ey, wie viel Pfostenschüsse ich habe, ne? Das ist auch wild. Jetzt habe ich noch einen Freistoß oder was. Frech. Frech, frech. Frech, frech, frech. So, wie sieht's denn aus? Sieht okay aus, würde ich sagen. Brigado ist ja direkt in den Top 11. Als Torwart im Sturm, Alter. Genial, ey. Genial. Amo, viel Spaß. Gustav. Nö. Gleich irgendein Stürmer, ja. Mit 33, ne? Ich habe so das Gefühl, ich meine, der Luca war ja auch so, ne? Ich glaube, wir brauchen einfach einen alten Sack. Ich glaube, die sind einfach beständiger im Sturm. Ich glaube, da ist Erfahrung wichtig in dem Manager. So. Wir haben sogar noch 542.000 Transferbudget. Da könnten wir noch einen aus der Kiste zaubern, oder? Nicht so, als hätten wir nichts unter Beobachtung hätten. So. Wo sehe ich denn? Sehe ich hier noch gar nicht. Irgendwo muss ich das doch sehen können, wenn ich schon verpflichtet habe, oder? 6. 5. 10. 10. Wild, wild, wild. Wir könnten halt überlegen. Ich muss warten, bis ich den Spieler habe. Das ist schon echt frech, dass ich nicht sehe, wenn ich schon verpflichtet habe. Der Stefan geht mir richtig auf für Eier. Richtig. Sag ich euch, wie es ist. Wo war das? Zack, da suchen wir einfach mal neun. Ja, das Ding ist, umschulen dauert hier ewig. Vor allen Dingen ist das immer wichtig. Wenn du jetzt den Torwart kannst du, glaube ich, eh nicht umschulen. Ja, wollen, können. Wollen, Torwart, können, Torwart. Ansonsten hast du halt, jeder Spieler hat immer, das Team geht vor. Ja, dann spielt er auch mal woanders. Umstellung fast unmöglich. Das heißt, er braucht ewig, um überhaupt mal eine Nebenposition zu leeren und dann die Nebenposition noch als Hauptposition zu leeren. Also, du musst da wirklich schon einen haben, der richtig Bock hat. Da habe ich halt keinen von. Hier zum Beispiel er, ja. Bin sich schnell zurecht. Spielt fast alles. Oder spielt alles. Er ist gut. Er ist ein Allrounder. Den sollten wir auf jeden Fall vielleicht nochmal auf einer anderen Posi noch ein bisschen schulen. Alle anderen. Ist halt super schwer, diese Spieler zu finden. Sonst hast du immer nur, kann sich schwer umstellen. Braucht Zeit für die Umstellung. Umstellung fast unmöglich. Kann sich nur schwer umstellen. Und so weiter. Wir können ja nochmal Luschan, aber der will bestimmt immer noch nicht mit mir reden. Oh, doch, er will. Sehr gut. Mit dem kann ich gar kein Vertragsgespräch mehr machen, oder was? Oder weil er verletzt ist. Er will. Er ist halt auch ein Talent, aber der ist halt nur eine Zweierstärke, Alter. Der müsste halt echt... Naja, egal. Ich nehme den trotzdem. Hier habe ich halt noch so eine Kanone, Alter. Abfahrt. Ja, du verlängern. So, wie sieht die Fitness aus? Randy Orton. Randy Orton muss auf jeden Fall Kondi ballern. Mach mal hier voll Kondi. Gerds auch, aber der wechselt eh, glaube ich. Der Rest passt. Ähm... Denningswoche. Würde ganz gerne... So, wir suchen neuen Abteilungsleiter für Mediziner. Brauchen wir endlich mal einen. Wir haben immer so lange Auswahlzeiten. Wir brauchen mal einen, der richtig liefert. Wer richtig Bock hat. Gerne auch für zwei Jahre. Oh, der hat so richtig gar kein Interesse an uns. Sehr gut. Vielleicht haben wir da ein bisschen kürzere Ausfallzeiten. Ich weiß es nicht. So, Noah Hartwig. Letztes Mal haben wir es verkackt. Jetzt dürfen wir es nicht nochmal verkacken. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir machen natürlich volle Laufzeit. Ich werde dich langsam aufbauen. Es hat die Frage mit der Ausstiegsklausel. Eigentlich könnte ich ihn nie lassen. Also ich glaube nicht, dass er so durchsteht bei mir im Team. Obwohl, ich sehe noch nicht, ob er irgendwelche Sternchen hat, oder? Ja. Ja. 2027 heißt in drei Jahren. So, ich werde nicht oft verhandeln können. Aber das sieht doch schon. Ist ja gut. Ist ja gut. Florian Dietz hat sich dabei eine leichte Rippenprellung zugezogen. Das ist ja wild. So, Nico Engelhardt nehme ich einfach auch mal mit. Einfach für die Bank oder zum Vertickern dann halt. Ja, ich würde den eh nicht so hochgezogen kriegen, oder? Kleine, pissige, gierige, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Aber Noah haben wir am Start. Bin gespannt. Und war den vielleicht, äh, ja. Dinge ist, wir müssen gucken, wie viel Potenzial er hat. Wenn er genug Potenzial hat, sehe ich das jetzt schon. Entwicklungspotenzial, gar nichts. Wow. Oder ich sehe das vielleicht gleich erst. Aber er hat auch keinen Stern und nichts. also, also, also die 28 nur. Ja, genau. Beobachte mal ein paar Spiele. Eigentlich schon mal für die neue Liga Spiele beobachten, oder? Ich sehe das jetzt schon mal für die neue Liga Spiele beobachten. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute. Aber komm, wir lassen Pressing. Diese Meldung, ich meine, dass man das nicht ausschalten kann. Nigo, ich wollte gerade noch mit dir verhandeln, du Drecksack, ne? Nee, du wechselst jetzt, ey. Frech. Frech, frech, frech. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, Gebäudemanager. Gleich zum Benjamini, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie kann man das? Einfach nach Targos suchen im Rust-Server-Suchmanager-Gedönster. So, jetzt müssen wir einfach joinen. Marco. Marco. Marco ist unsere neue Maschine. Marco Schuster. Ja. Entwicklungsponser wird er nicht mehr haben, doch ein bisschen hat er sogar noch. Okay. Kurz vor dem Stufenaufstieg. Geil. Ist ein 7er. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr guter Transfer von mir. Muss ich mich ja mal selber loben. Muss ich mich ja mal selber loben. Sehr gut. Sehr gut. Die Frage ist, macht es schon Sinn in der Rückrunde Spiele zu beobachten in die Liga, in die ich aufsteige? Wahrscheinlich schon, ne? Und der Marco Schuster war echt ein guter Transfer. Schade für den Rocco. Aber. So ist es nun mal. Geil. Also der ist echt eine Maschine, ne? Guckt euch das an. Ausdaueraufbauspiel. Freistet. Kurz ein bisschen Schnelligkeit. Stellungsspiel. Alles hat er. Der Marco. Alles hat er. Alles. Und Anführer. Und kein Kind von Traurigkeit. Das hört sich gut an. Sowas mögen wir. So. Hier ist auch unsere andere Maschine. Das heißt, den könnten wir sogar da bringen. Und könnten den umschulen, weil der ja findet sich schnell zurecht hat. Und der ist sogar ein Rechtsfuß. Wie stärker hat er denn dann? Fünf oder drei? Drei. Drei ist natürlich mies. Vier. Am besten wäre linkes Mittelfeld. Ja. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Aber da ist auf jeden Fall eine Alternative im linken Mittelfeld. Das heißt. Wir hätten den König sogar noch als alternatives Defensive. Ich könnte sogar einen Defensiven noch abgeben jetzt. Wir könnten Defensiven abgeben. Die Sache ist, das würde ich natürlich tun, wenn wir Angebote kriegen. Weil sonst lohnt sich das nicht wirklich. Mal gucken, was am Deadline Day so passieren wird. Okay. Sehr gut. So. Wir haben sogar noch 531.000 zur Verfügung. Wir könnten nochmal reingehen. Der neue Josh. Ja. Der neue Josh. Ja. Was haben wir denn noch unter Beobachtung hier? So. Defensives Mittelfeld haben wir. Aber. Wir könnten natürlich auch noch einen zentralen gebrauchen. Aber da können wir natürlich auch nochmal gucken. Als Alternative. Was uns halt fehlt. Ja. Der Rocco könnte auch zentrales Mittelfeld spielen. Okay. Ansonsten wäre es noch geil, wenn ich einen zentralen hätte, der auch offensiv spielen könnte. Oder einen offensiven, der auch zentral spielen kann als Ersatzspieler noch. Aber da habe ich zwei Siebener. Also da muss ich echt keinen. Was ist denn mit unserem linken Johnny, den wir aus der Jugend hochgeholt haben? Der kann auch zentral spielen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber der hat keinen Stern. Das lohnt eigentlich nicht, den hochzufördern. Könnten wir eigentlich direkt vertickern, Alter. Da. Ja, ansonsten. Ja, 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 ja. Okay. Muss ich mal eben hier aufräumen. Obwohl, den können wir uns halt nicht leisten. Ja, ein Torwart war noch die Geschichte für kommende Saison. Oder hat ein Stürmer, defensiv sind wir jetzt eigentlich gut aufgestellt. Ja, defensiv brauchen wir nicht. Das macht keinen Sinn, da haben wir jetzt eine Maschine, wir haben auf jeden Fall noch zwei auf der Bank, das passt. So, wir könnten dann nochmal im Stürmer reingehen, aber den kriegen wir mit Sicherheit nicht für 500.000. Ja, sowas ja, aber der bringt uns nicht wirklich weiter. Der Admiral. Der Admiral, Alter. Georgie Kelly. 400.000, würden wir auch kriegen sogar. Wir scouten den mal noch. Na, der könnte eng werden vom Budget her. So, den scouten wir nochmal. Weg. Den können wir uns wahrscheinlich auch nicht leisten. Geht der super unzufrieden. Ja, der wäre schon geil, ne? Aber den können wir uns so gar nicht leisten. Aber wir können ja mal gucken, was noch passiert. Vielleicht können wir da nochmal reingehen. Torwart mäßig. Okay, dann haben wir noch gar nichts hervorstehen oder was? Ich brauche den bitte auch noch. Mitspielen eins gegen eins, Fangsicherheit. Abwürfe elf Meter, Fangsicherheit, Paraden. Schrausburg, 18 Jahre. Aber 18 Jahre ist... Ah, das ist schon eine Maschine. Wir fahren erstmal ab, ey. Erholsame Woche haben wir. Guck mal, läuft. Machen wir spezielle Angriffe oder was? Ja, machen wir. Bei dir grüßt das Sandmännchen? Ja. Gute Nacht, Chico. Obwohl der FC gewinnt am Wochenende. Das wäre dann wirklich ein Armutszeugnis für uns. Husky Schokolade. Ihr müsst schon drauflegen, ne? Also nächstes Jahr spielen wir eine Liga höher. Also da erwarte ich ein paar mehr Einnahmen, du. Wir arbeiten hart und halten Managerpunkt. Das ist sehr gut. Ich arbeite aber auch hart. Mhm. 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 Ja, ich werde die Spiele, glaube ich, gleich ohne Spielsequenzen machen. Dass wir direkt das Ergebnis sehen. Ich habe keinen Tipp. Wie gesagt, aktuell ist unsere Mannschaft einfach nicht einzuschätzen. Ich überlege mir das spontan. Ich warte erstmal das Spiel gegen Köln ab. Aktuell ist bei uns irgendwie alles von bis. Achso-Schildischi schießen. Der MSV Duisburg möchte mich gerne verpflichten, oder was? Ich bin auf einer Mission hier. Mission heißt Meisterschaft. Mission heißt Meisterschaft. Der Lukas. Sehr gut. Der Raphael Preau. Die kann ich halt auch hochziehen. Als dritten Torwart halt. Ich könnte natürlich auch eine zweite Mannschaft gründen, aber ich glaube, das ist einfach noch zu früh in der Liga, wo ich spiele. Ich muss ein bisschen gucken, weil Transfermarkt hat natürlich auch nicht ewig lange auf. So haben wir schon irgendwas rausgefunden. Nicht wirklich. Den beiden hier. Ja, die Frage ist halt, der wäre natürlich schon interessant hier. 1,97. Aufball natürlich. Ich kann natürlich sagen, ich riskiere es. Wir ballern unsere Jugendspieler durch. Ich warte mal noch eine Woche, vielleicht finde ich irgendwas raus. Sichtungstag in der Jugend ist immer gut. So, wir sind immer noch auf spezielle Angriffe drauf. Pässe, Torabschlüsse, Pässe, Pässe, Torabschlüsse, Pässe. Warum sind da 20.000 mal Pässe drin? Das fühle ich gar nicht. Das fühle ich gar nicht. Können wir da mal Flanken mit reinnehmen? Beistöse, Tore, Torabschluss kann man lassen. Ähm, innovative Fähigkeiten nehmen wir mal ein bisschen mit rein. Da haben wir auch ein paar, die Kurzformen von Jonny sind und dann hier nochmal kurz. Die Unberechenbarkeit macht unsere Holzköpfe so gefährlich, ja. Das sag ich dir. So, Sichtungstag. Stürmer, 1-7er, linker Orsenverteidiger. Kann ich hier eigentlich auch Pause machen? Was sind die gerade echt zu dem 13-Jährigen hier, ey? 13 Jahre ist halt super jung, beidfüßig. Das könnte natürlich noch eine Kanone kommen, ey. Ein Milchbubi, ja. Ist ja Jugend, Jugendsichtungstag. Ja, den rechten Verteidiger fühle ich nicht. Fühle ich nicht. Den Junis Kögler fühle ich schon eher. Komm, ich nehme den. Ich nehme den einfach mal. Elf Tage bis zum Rückrundstart. Sehr gut. Dann werden wir mal die ersten 4-5 Spiele machen. Vielleicht simuliere ich dann bis zum Ende. Mal gucken. Wo dann wieder der Co-Trainer alles macht. Das nervt mich immer. Und das ging ja auch nicht viel schneller. Da geht die Wochen ja trotzdem durch, ne? Wenn, dann können wir ja machen, dass wir das Ergebnis direkt anzeigen lassen. Müssen wir mal gucken. Wenn wir die ersten Spiele erfolgreich gestreiten, können wir das vielleicht machen. Weil dann ist der Vorsprung groß genug. Wenn die in die Hose gehen sollten, dann müssen wir selber Hand anlegen, ne? So ein Ding. Altai SC. Alto Belly. Was ist los mit euch? Wäre schön, dass ich das auch ausstellen könnte. Dass ich keine Vertragsangebote bekomme. Ja, das muss der Sané auch. Oh, der Marco minus 1. Das ist aber frech. Also die Jugend läuft gut bei mir, muss ich sagen. Läuft echt gut. Die Frage ist, was passiert, wenn ich die hochziehe, in die zweite Mannschaft stecke? Die spielen ja nicht, wenn ich da nur 4-5 Spieler drin habe. Ob die sich trotzdem weiterentwickeln werden. Fragen über Fragen. Erstmal gucken wir mal beim SC Räder Wiedenbrück. Die haben wir, glaube ich, noch nicht so gut gescoutet, oder? Das nehmen wir mal raus. Für die nächsten Wochen. Da muss ich halt gucken, dass ich selber was scoute. So, haben wir jetzt irgendwas rausgefunden hier über die beiden Experten hier. Joey Caddy ist das hier. Ich weiß halt nicht, ob ich den kriege, ey. Mit meinem Budget. Wahrscheinlich nicht. Na ja, eine Woche kann ich noch warten, glaube ich. So, wir gehen mal rein. Das ist so lächerlich. Okay, linksrum ist auf jeden Fall schneller. Normal. Hier haben wir auch noch ein Spiel. Dann mache ich da auch nochmal normal. Hier machen wir normal 2. Mal die Ballarten mehr. Müssen wir mal gucken, ob das so klappt von der Frische und sowas. Väter sind die nur noch. Wiedenbrück, krass. Setzen. Hast du gekauft, Setzen, oder was? Geil. 6 Setzen, ne? So, wer zeigt denn gleich Dortmund? Möchtest du mal jemand sagen? Der Sohn, oder was? Aber mach du das erstmal an, Schatz. Dürfen nur zwei gucken. Ich weiß nicht, ob der komische Dude da beim Ikeda guckt. Das Dortmund-Spiel. Für mich ist das jetzt nicht so wichtig. Sonst gucke ich nur Live-Dicker. So. Der Randy ist halt auch noch super jung, ne? Aber er hat halt echt viel, viel Negatives, ey. Der Kögel hat am besten geliefert bisher. Das ist echt wild, ey. Boah, ich riskiere das einfach. Ich meine, wenn der Torwart vorhin ein Tor geschossen hat, Alter, mit gar nichts gefühlt. Kann ich hier noch Aufgaben machen? Ne, muss ich danach die Woche machen. Ich muss gucken, wie der im Kader hier angenommen wurde. So, pass auf. Wen lassen wir denn zu Hause? Da geht's schon wieder los, ey. Ich sehe, ich muss den Spieler verkaufen. Wir könnten den Müller verkaufen jetzt, ey. Vorhin haben wir mal ein gutes Angebot gehabt. Wenn ich den jetzt auf den Markt werfe, kriege ich halt nichts für. Vielleicht kriegen wir beim Deadline Day ein Angebot für einen noch. Lol, Erfahrung wird gar nicht mehr angezeigt. Null oder was? Da hängt es uns so eingespielt, halt mittlerweile hoch. Von der Stärke her ist eine enge Kiste, ne? Das heißt, wir gehen neutral erstmal rein in den Bums. So, unser Abseitsfalle läuft auf jeden Fall. Dann machen wir mal auf 6 runter. Ripplings machen wir auch mal runter auf 6. Oder auf 5 sogar. Die Stanzschüsse lassen wir mal auf 5. Das passt. Konter sieht ganz gut aus. Können wir eigentlich auf 4 hochgehen. Das ist eigentlich völlig wurscht. Das können wir eigentlich, obwohl, äh, kann der Kögel köpfen? Machen wir eher flach. So. Ich spiele mit 3 Stürmern, ne? 3 starken Stürmern, sagen wir mal. Ähm, dann nehme ich nur, damit der Schuster, wo manndeckung ist, nicht sein. Ne, 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 das machen wir nicht. Wir nehmen nur den Stürmer in manndeckung. Oh, hier, unser Trainingsfortschritt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nutzen wir noch nicht. Erst, wenn's, äh, nötig ist. Ne, 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 ich mach nicht Feierabend. Ich werd die Saison nicht zu Ende ballern heute. Wenn's nicht zu spät wird. Ne, 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 so sehr interessiert mich das Spiel nicht. Interessiert mich ja jetzt nur aus deutscher Sicht. Frech. Gerade verpflichtet, alter, schon so'n Ding. Ich schule den trotzdem um, oder? Den bar. Mal da mal so. Junge, köpft doch einfach rein, das Ding, ey. Das ist ein wichtiges Spiel hier. Da kann man ruhig mal richtig Alarm machen, weil das Stärke-mäßig ist. Top-Spiel. Ja, ist gut, können wir da leiser machen. Boah. Boah. Ne, Marco, gleich mal gezeigt hier. Kein Kiel von Traurigkeit, wa? Schön, wenn eingeschlagen hätte. Minigames. Ne, du hast nur ab und wann die Möglichkeit zu sagen, schießen oder passen halt. Aber auch nicht oft. Weil du hier jetzt das zweite Mal in 20 Spielen, also. Nicht wirklich Minigame. Ja, Männer, ich bin, äh, erst mal positiv gestimmt. Wenn du schon mal eben, ob die irgendwas umbauen hier, aktuell noch nicht, würde ich sagen, fahren wir den Bums so weiter erst mal. Ja. Hm, 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 hm. In Teilen haben wir eine Rudelbildung, Alter. Ich habe schon drei Gelbe, das ist schon die zwei, wa? Die im 3. Okay, für den Innenverteidiger kommt ein offensives Mittelfeld. Es geht los. Also gehen wir über die halbrechte Posi rein. Hm, 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 hm. Junge. Meine Karte riskieren. Fuchs bin ich, ne? Ein Fuchs bin ich. Nein, 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 nein Anspiel Juuut Der froh ist Joker Bringe ich den Jungen Joost mal rein Abfahrt Mal gucken ob noch was geht hier Männer ist wirklich komisch Schön Sehr gut Mason Top man Nicht nur mal spannend machen hier die Kiste Wild oder? Läuft einfach Goldene Hähnchen wieder rausgepackt heute Ja könnt ihr ruhig noch eins machen wegen mir Gönnt euch Ja sehr gut Sehr gut Männer Das erste wichtige gewonnen Ich glaub so die ersten 3-4 Spiele mache ich Und dann machen wir direkt Ergebnis anzeigen Das sieht doch gut aus Das sieht doch gut aus Nice 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 Okay 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 Nur Der ist gleich ein Tor gemacht ne Ja Und frech Juuut Juuut Ich wollte noch mal einen Blick in die Jugend werfen Der will natürlich nicht mit uns reden jetzt erstmal Die kann ich nicht reden Ich weiß nicht warum Weil die blau sind oder was Dann heißt ich kann die nicht mehr Äh Nicht mehr äh verpflichten oder was Schon echt frech ey Weil den Tor hätte ich schon gerne mitgenommen hier Blaue vorgehende Spieler sind im letzten Jugendjahr Und scheiden aus wenn sie keinen Vertrag erhalten Ja Wenn ich kein Gespräch machen kann mit denen kann ich ihnen auch keinen Vertrag geben Schon frech ne Ja wir müssen mal bei der Jugend vorbeischauen So Datum Datum ist äh Endphase hier ne Ja Ja der wird das Ding entsprengen leider mit Handgeld Aber ich werde es versuchen Ich werde es versuchen Ansonsten könnten wir halt auch nächste Saison planen Aber ihn würde ich sofort versuchen Okay Ansonsten haben wir Gore Georgie Caddy Soll ich mal her Wir könnten natürlich überlegen Torwart für nächste Saison zu verpflichten Die wollen natürlich eine Menge Handgeld haben Aber es zählt ja erst für nächste Saison Egal ich versuche das mal Mal gucken ob wir das äh auswählen können Okay kann ich nicht für nächste Saison Okay kann ich nicht für nächste Saison was Ach der läuft der Vertrag nicht aus Äh warte kurz Gibt es denn irgendwas Laie mäßig Was wir gebrauchen könnten Was wir gebrauchen könnten Aber Laie war auch super teuer ne Macht eigentlich keinen Sinn Trosen 600 Spieler ohne Vertrag Also Man will Das ist schon wild Das ist schon wild Vielen Dank. Vielen Dank. So, linker Außenverteidiger haben wir, rechter Außenverteidiger haben wir. Wir könnten natürlich noch eine Maschine als Innenverteidiger eventuell verpflichten, wenn wir günstig einen kriegen. Sobald wir Handgeld die haben wollen. Sollte aber auf jeden Fall Mann-Deckung beherrschen. Schatz, hast du schon angemacht, dein Sohn da, oder was? Mann-Deckung, Antritt, Ecken, Stellungsspiel, Zweikampf. Unten links Fuß. 27, beste Fußballer, Alter. Toll. Wieso? Nur Spieler ohne Vertrag. Ich will den Ablöse frei für nächste Saison. So ein Ding. Auslaufen und Vertrag müssen wir tun. Und den. Aber der ist aber trotzdem mit dabei. Verstehe ich nicht. Okay, pass auf, dann scoute ich den und hoffe, dass der nicht verlängert. So. Der sieht auch sehr interessant aus. Nächste Saison. Ja, die sind natürlich alle fickrig, ne? So geldtechnisch. Wir gucken mal, wir probieren das mal aus. Haben wir letztes Mal schon ausprobiert, das war nicht so. Würde begrüßen, wenn sie den Spieler schicken. Das kriegen wir hin. Wir schicken den Verletzten. Gehen wir mal rein, mal gucken, was sie bieten. So, wir sind Nummer zwei. Wie sieht's hier aus? Punkt 16. Ach, ist doch nicht deren Ernst. Eine 16er-Quote für den Sieg von Dortmund. Ich glaub, die Dortmunder haben Chancen heute. Die spielen auch so einen abgewichsten Fußball irgendwie. Nee, ist ja noch nicht so weit. Bin die hier jetzt schon anmachen. Keine Vorberichte sind. Das ist hier nicht immer. So, ja, können wir uns leider nicht leisten, Alter. Schade. Geben auch nur 61% Interesse. Ich hab halt nur Restbudget. Ich müsste den schon auf 400.000 runterkriegen. Weil der will ja noch Handgeld haben. Hey, ganz schön alt geworden. So, hier sehen wir das Problem, ne? Aber der ist natürlich eine Maschine. Die Frage ist... Okay, das zählt zu meinem diesjährigen Budget. Okay, dann bringt mir das ja gar nichts. Ich hätte halt gedacht, dass das für das Budget für nächste Saison zählt. Komm, ich probier mal was. Grundgehalt ist sogar okay, eigentlich. Der hat nur 32%. Ja, heute ist anscheinend Ausdauer gefragt. Ja, die gierigen Dreckssäcke, ne? Die gierigen Dreckssäcke. Ja, ist ein bisschen schade. Ist ein bisschen schade. So, das ist was? Hauptsponsor. Männer, Alter. Wo wir aber gar nicht groß rumhampeln. Zwei Meter müssen drin sein. Also. Na, in. Mara macht bestimmt Business. Business. So, gibt es denn jetzt hier auch ein Deadline-Day eigentlich? Bayern-Dauptmann, Alter. Wahrscheinlich hier, ne? So, machen wir Pause. Ja, der Eason, den wollten sie alle schon haben, ne? Aber der Eason ist halt super. Den Eason kann ich nicht abgeben. Der bekleidet halt drei Posys. So, was haben wir hier? Ein Innenverteidiger. 33. Ja, hallo, du mir, Alter. Abfahrt. Linker Außenverteidiger macht auch eigentlich absolut gar keinen Sinn für mich. Könnte man glatt überlegen, ne? Kann halt alles sein. Kann alles werden. Hopp oder top. Wir gehen mal rein in den Bums. Ja, ja, ruhig bleiben. 90 will man den kriegen. 300.000, beim Marktwert von 700.000. Cordio macht das mal. Natürlich jetzt auch keine Maschine. Super Bollwerk. Ich geh mal rein. Wir gehen mal rein in die Verhandlungen. Wir gucken mal. Guten Morgen. Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Ey, Junge, die Sounds muss ich echt mal ausstellen. 230.000, wenn wir da Handgeld haben, das ist eine absolute Frechheit, Alter. Da habe ich dir, wie es ist. Der Rest ist ja echt fein von ihm, aber. Junge, Junge. Setzocken auf hohem Niveau, ne? Ja. Ja. Stehst, was immer auf dem Platz ist, ist natürlich dumm. Von daher wandeln wir nochmal. Weil, wenn der kurz vor 6 ist, dann lohnt sich der Bums. Wenn das nicht ist. Komm, ich kaufe den mal. Wir werden es sehen. Oh, was ist? Kann ich nicht? Darf ich nicht, oder was? Ach komm, Alter. Warum denn? Na gut, dann hat sich das ja erledigt, ey. Hinsenverteidiger brauchen wir nicht. Ja, Eason geben wir nicht ab. Wie gesagt, wir können Defensiven abgeben. Aber da bekommen wir anscheinend kein Angebot für. Da muss der Kader so halt reichen. Also für diese Saison reicht er ja eh, ne? Ich habe ja schon Planung für die nächste Saison im Hinterkopf. So, mach doch mal Play hier. Noah Hartwig, das ist der, den ich aus der Jugend hochgezogen habe, Alter. Hey, normal muss ich den abgeben, ey. Der hat halt wirklich kein Stern und nix. Auch wenn er ein Tor gemacht hat vorhin. Der hat halt talentmäßig Entwicklungspotenzial, hat der auch gar nix. Ich kaufe den weg, Alter. Das ist echt ein guter Kurs, ey. Da geht doch bestimmt auch noch was. Interesse 71. Vielleicht kriegen wir 500.000, oder? Okay. Eine halbe Mille für einen untalentierten Spieler fühle ich. Danke. Mason Judge Innenverteidiger. Innenverteidiger geben wir nie ab. Jetzt hätte ich den anderen Stürmer verpflichten können. Jetzt haben wir Geld. Frech, ne? Frech, frech, frech. Rokko. Rokko ist eigentlich der, den ich behalten wollen würde von den beiden. Ne, Rokko geben wir nicht ab. Rokko ist auch nicht mehr weit bis Stufenaufstieg. Da ist er. Leo Müller Wiesen. Ja, den geben wir ab. Den geben wir ab. Rokko ist auch nicht mehr. Florian, würde ich auch loswerden. Ach, du grüne Neune, Alter. Angebot ist natürlich eine Farce. Ja, da bräuchte ich natürlich einen anderen. Ja, Alter, ich weiß nicht. Florian hat mich echt enttäuscht, ne? Sind wir ehrlich. Ja, da müssen wir hart reingehen, Alter. Ja, also 450 müssen drin sein. Ja, das sieht gut aus. Sehe ich denn, was ich bezahlt habe damals? 170 habe ich bezahlt. Aber Handgeld sehe ich nicht, wa? Lecker Wiener, sehr gut. Riskiere es und drücke drauf, oder was? Ich habe noch zwei Runden. Mach doch die 500.000. Zack, Flo ist weg. Bäm. Feierabend. Ei, 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 ei. Eigentlich wollte ich ein Spieler verkaufen, wir haben gleich drei verkauft. Ja, der Kader wurde ausgedünnt. Wir haben eine Menge Kohle eingenommen. Das heißt, wir können uns aber auf jeden Fall ein, zwei ablösefrei snacken. Vom Budget her, müssen wir jetzt mal gucken. Das wäre ja gar nicht schlecht. Okay, sehr gut. Flo ist weg, tut mir leid. Oh, Leo. Sein Namensvetter ist weg. Ja, zur Not spielen wir ohne Stürmer. Wir haben Randy Orton, Mann, da macht euch keine Sorgen. Und wir haben doch den Kögel. Den Kögel wollte ich doch eh durchziehen diese Saison. Das passt schon. Das passt schon. Wir haben jetzt auf jeden Fall Potenzial für zwei ablösefreie Spieler, denke ich. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch übrig haben. Wir haben auch unseren Goli, genau. Zur Not stellen wir den vorne rein. Wir gucken einfach mal, ob wir den Kögel gepusht kriegen. Mal gucken. Ah, das sieht ja... Erik, danke. Bei den Daten gibt es genug, ja. Na ja, was willst du machen? Der Flo konnte sich halt nicht durchsetzen bei uns. Hat da zwei Hütten in, was weiß ich, 15 Spielen gemacht. Das ist für den Stürmer halt einfach zu wenig, ne? Sagen wir mal, wie es ist. Alter, wie konntest du den denn nicht reinschieben? Wo war ein guter Kerl, ja. Das ist für den Fenster nirgendwo anders hinkommen. Ich hab schon neben die Zweikämpfe an. Das macht keinen Sinn. Dann aber wenigstens... Machen wir den mal an. Ja, den Latten, Luca, die Latte hochgesetzt. So sieht's aus, ey. So sieht's aus. Boah, war der echter dran noch? Der kleine Drecksack? Haben wir gut gehalten. Alter, der hält ja alles. Was ist denn los mit dem Stefan Henssler? Ist das der Koch, oder was? Wild, 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 wild. Wild, wild, wild. Naja, wir hätten schon eins machen müssen, ne? Müssen wir leider sagen. Komm, spiel auf den Kögel. Spiel auf den Kögel. Oder mach rein. Mach rein, ist auch okay. Au, au, au. Das sieht schlecht aus. Ei, 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 ei. Kurz vor der Halbzeit. Henry Teufel. Au, er hat einen coolen Namen. So war ein toller Typ. Er hat leider nur keine Tore geschossen. Dann bringen wir doch mal den Randy direkt mal rein. Das ist ja das Schöne, dass wir genug Alternativen haben. Ja, den Rest können wir erst mal weiterfahren. Ach, Randy, das war ja grandios, Alter. Hä? Grandios. Schön, schön abgelegt, das Ding. Jetzt noch selber einen nach... Jetzt noch selber einen nachlegen, wollte ich sagen. Randy, was war das denn? Katastrophe. Gibi, servus. Jetzt muss Randy liefern. Druck ist da jetzt. Er ist auf Kessel. Okay. 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 Ja, solange unser rechter und linkes Mittelfeld liefert, ist noch alles gut bei uns. Wir brauchen, wir spielen eigentlich, eigentlich brauchen wir gar keinen Stürmer. Eigentlich machen wir falsche Neuner hier. Jetzt macht der Aufstieg. Der läuft, Gibi. Der läuft. Ob ich jetzt mal frech. Weil ich muss ja jetzt auswechseln. 3-0, da können wir ruhig mal ein bisschen... Eigentlich will ich ihn gerne durchspielen lassen, aber... Ich warte noch bis zu 70, so dann mosert der wieder. Der ist ein bisschen zickig halt, ne? Der Bam hat auch ein gutes Spiel eigentlich. Wie sieht's denn? Eigentlich haben alle ein gutes Spiel. Das ist schwierig. Äh, wie goal. Äh, wie goal. Ich warte noch 5 Minuten. Machen wir den Tuchel, Leute. So, jetzt können wir doch noch mal ein bisschen wechseln. Gut. Hurra, hurra. Oh, die Bayern, die sind da. Zack. Männer. Ich klatsche schon mal vorher ab, los. Der Johan macht eine Bude. Boah, der Johan hat aber nochmal aus... Männer, es geht wieder los. Traumhafte Kombinationsfußball durch die Mitte. Läuft, oder? Guck mal, Rocco will auch nochmal was zeigen hier. Ruck's dir an. Alter, was ist das denn? Das ist aber... Das ist aber ein Dunkelrot, Kollege. Der liegt ja da wie tot. Matz, komm, mach Doppelpack. Ja. Ach, Tor war der Matz schon. Hä? Der Flur hat zwei. Jetzt rollt die Maschine aber wieder hier. Grandios, ey. Schön raus auf den König. Zack. Sie liefert sogar den Randy noch, Leute. Wenn's läuft, läuft's aber auch. Sieben spielen später mindestens. Ja, es ist mir egal, ob die im Pokal gespielt haben. Wir marschieren, das ist das Wichtige. Wir marschieren. Für den Frieden. Männer, lassen wir doch ein Spiel nach meinem Geschmack. Hä? Guck mal an. Läuft, Alter. Läuft, läuft, läuft. Randy Orton, ey. Gleich in der... Guck mal, das dritte Mal schon in der Dingens. Top 11. So, was mir ein bisschen Sorge macht. Wo ist er? Ah, da fehlt ein Punkt oder so. Marco, komm jetzt. Ist doch auswärts Sieg eingefahren, Alter. So, ich muss mal eben mein Fensterchen hier verschieben. Können wir das nicht auspoppen hier? Ja, ja, ja. Ach, du grünen, oder? Sehr gut. Okay. Sprockköbel. Ja, ja, ich hab mal angemacht. Der Abschlag gestern war ja ein Witz. Witzigkeit kennt keine Grenzen. So, wir haben 1,7 Mille noch zur Verfügung, Leute. Wir können jetzt nochmal richtig reingehen. Wir können entweder eine Granate verpflichten oder zwei, wo wir hoffen, dass sie noch zur Granate werden. Für die kommende Saison. Kaderanalyse. Torwart, ne? Wir gehen auf Torwart, oder? Wir gehen auf Torwart, glaube ich. Torwart und vielleicht Stürmer, ja. Wurrundi ist eigentlich echt eine Maschine. Der hat auch noch Entwicklungspotenzial. Also, den muss ich einfach nur spielen lassen. Er war halt hier leider. Okay, Torwart und Stürmer, Leute. ZM brauchen wir nicht. Nee. ZM ist Mats am Start. Wir könnten nochmal für die Bank einbrauchen, aber das kann ich nächstes Jahr kaufen. Es geht jetzt nur darum, was ich von meinem Budget jetzt noch ziehen kann. Und ich brauche auf jeden Fall einen starken Godi. Das hat Priorität. Leider habe ich den einer verhandelt und der ist weg, ne, aus der Verlosung, hier. Pass auf, hier. Wir brauchen. Gut, eigentlich muss der ja auch noch nichtmals ablösefrei sein, ne? Ist ja wurscht. Wenn so eine Kanone auf dem Markt ist, kriegen wir den ja auch günstig. Hatte ich den schon verhandelt? Ne, ne? Paraden, eins gegen eins, Forsten, Strafraum, bei der schon Reflexe. 24. Spielt aber wahrscheinlich nicht viel. Wird sich wahrscheinlich nicht weiterentwickeln. 3,94 Meter. Aber der sieht schon mal gut aus. Eins nur für Atletico, Alter. Und das ging ja schnell. Ähm. Ja, das war der Scheiße. Der wäre schon fett gewesen. Der wäre schon fett gewesen für uns. Aber da hat leider das Geld gefehlt. Wie bescheibig. Eieiei. Aber komm, wir gucken mal. Ja, ist halt auch nur Ersatz, Mann. Ja. Ja, die Frage ist, wann der wieder mit uns verhandeln wollen würde. Weil der ist schon echt Kanone hier, ne? Glaubt er den auf jeden Fall mal. Na gut, aber dann werde ich in den Brasilianer hier reingehen, glaube ich. Was haben wir hier noch? Fangsicherheit, 1 gegen 1,1 Meter. Er ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Abwürfe, 1 Meter, Fangsicherheit, Paran. Aber der ist teuer, Alter. Ich will halt eigentlich einen erfahreneren Torwart haben. So 24 ist schon gut. Hat er ein bisschen Erfahrung. Wenn er noch Entwicklungspotenzial hat, ist das eine Kanone. Wissen wir natürlich nicht vorher. Ja. Ich werde eh mal versuchen, ja. Gucken wir, was die haben. So, fangen wir erst mal mit dem Torwart an. Dann können wir immer noch gucken, was wir noch am Budget da ist. Ansonsten ist hier Abfahrt angesagt. Fanklub besuchen machen wir auch. Training ist soweit eingestellt. Wir könnten hier noch immer einen Streifraum mit reinnehmen und Abfahrt. Gerade bei über 22. Ja gut, Atletico brennt aber auch da die ganze Zeit, Alter. Das ist ja wild. So, dann gucken wir doch mal. Ich denke mal, mit ein bisschen Glück, 650.000. Ist natürlich immer Risiko. Der ist nur Ersatz-Torwart. Es kann auch sein, dass der sich zurückentwickelt, wenn der gar nicht spielt. Das ist halt leider so. Ja, na klar, wieder zu gut verhandelt, weißt du. Dicke, Alter. Okay, dann schauen wir doch mal. Siegprämie ist für mich eigentlich fein. Ganz ehrlich. 63 Prozent, ne? Eine kackige Sau, Alter. Ja, dann geh doch einen runter. Na ja, ist zocken, aber selbst wenn es vom Marktwert, dann können wir den immer noch vertickern. Von daher nehme ich den jetzt einfach. Zack. Na ja, komm mal. Die Dicke ist ja jetzt keine schlechte Mannschaft, aber die ist ja gerade die einzige Mannschaft, die dann nach vorne spielt, Alter. Boah. Alter. Na gut, das war aber auch ein Klopper. Oder war es schon das Zweite? Wild, wild, wild. Ja, sind schon interessante Spiele, ne? Ja. Also Rückspiel könnte man sich dann sogar mal angucken, wenn es da auch noch spannend ist. Hm, 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 hm. Ich habe echt schon überlegt, nochmal neu anzufangen und wirklich nur Deutschland auszuwählen, ob das dann schneller geht, Alter. Junge, Junge. Tja, 10 mal Süde brauchen wir nichts sagen, oder? Okay, wir bringen den Randy rein. Den hat er sich verdient, auf jeden Fall, ne? Ansonsten fitnessmäßig sieht alles Bombe aus. Wir spielen die TSG-Sproköfe zu Hause. Wir gehen offensiv rein. Wir gehen es konzentriert an und wir nehmen natürlich den Stürmer in Mann-Deckung. Wir nutzen mal unseren Angriff 1 hier ruhig und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ergebnis an. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auswechselt. Wahrscheinlich nicht, ne? Bist du ein bisschen dumm dann? Süde war ja auch gut bei uns. 1-0 oder was? 1-0, wenn ich nicht selber an der Seitenlinie stehe hier. Ah, ja, 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 okay, ich glaube, das ist... zu seiner Prime nicht, aber Süde war auch schon ganz gut bei uns eigentlich. Hat mich schon immer gut gefallen. Meister mit E. Ich muss die Spiele selber machen, ich muss auswechseln, jetzt macht das keinen Sinn. Aber wir können ja nur die Dinge zu machen, dieses Aufblinken, ne? Na ja, und Rudi hat auch nicht wirklich die Chancen gekriegt bei uns. Aber er hat dann auch echt einen Karriereknick gehabt nach uns, ne? Brian Bayer-Jee ist auch noch erkrankt. Ach, da bin ich noch nicht. Alles klar, kann losgehen. Wir müssen jetzt zack, zack, Entscheidungen treffen. Genau meine Stärke. Mitarbeiter machen wir sollen eine Rhetorik-Vorbildung halten. Stimmen Sie zu. Ja. Vor dem Vereinszentrum müsste ein Gärtner tätig werden. 1.000 Euro in die Hand nehmen. Ja. Die Essen in der Kantine müsste eigentlich 10% teurer sein. Preise erhöhen? Nein. Irgendwelche Idioten haben eine Wand, es gibt ja eine Farbe als Erstribehandel angemeldet. Sofort für 2.000 übermalen. Ja, na klar! Bäm, Schnellratte-Runde. Mario Barth, Alter, ey. Kann man sich den Mario Barth angucken? Dass er überhaupt noch existent ist im Fernsehen, ist er eine Frechheit. Oder ist er kein Fernseher? Nee, sobald Stubatzy da bei uns durchgesetzt. Barth, die war doch eine feste Größe. Hatte dann halt die Verletzungsprobleme, ne? Das war so das Thema. Ich hoffe auf RTL, wild. Wow. Beide rechte Außenverteidiger tot. Das ist ja wild. Okay. Gut, dass wir Optionen haben. Wir machen hier schnell. Wir machen hier Jansenflackern. Okay, Abfahrt. Flackern. Ja, mach doch rein, das Ding. Wenn es doch Flackern ist. Frech, oder? Ei, 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 ei. Wer sind die Orten, Alter? Vorlage vom König. Fragen? Keine, ne? There we go, there we go, there we go, there we go, there we go. Sehr gut, Männer. Ich sehe ein paar Vierer. Das ist nicht so schön. Aber da werden wir knallhart gegensteuern. Zack. Ja, mach doch rein, Männer. Was ist denn los, Alter? Das muss ja wieder eine Riesenchance gewesen sein. Unsere Chancen flattern, das ist wild. Guck mal, da komme ich auch noch nicht mehr klar. Wieder eine Chance nicht gemacht. Junge, Junge. Ist das frech. Ja, na sicher. Wer hätte es nur gedacht, oder? Vergiss es. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Lächerlich. Lächerlich. So. Die Stürmer haben uns ein Tor eingenickt, oder was? Ist ja nicht. Äh, wie cool, äh, wie cool, äh, wie cool, äh, wie cool. Eigentlich sind wir notentechnisch überlegen. Wir sind so überlegen und es steht trotzdem 1-1. Hm. Äh, wie cool. Und, 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 und. der mensch ist er kopfnuss verteilen okay wir müssen jetzt noch was aus dem hut zaubern hier männer so geht es nicht so geht es nicht sag ich euch wie es ist ich kann ja nicht auswechseln gerade erst eingewechselt habe alle kommen da bringen wir noch mal die diesen dazu eigentlich müsste ich komplett durch die mitte gehen dann läufst du doch im konter rein oder was männer aller ich will hier vollgas sehen lächerlich lächerlich männer ja best noch das dritte direkt eine minute später na sicher katastrophe katastrophe ja der häusert super einander in der mütze alter das habe ich auch nicht verstanden mit seinem führerschein scheiß da na gut der hat so für mich hat er sowieso einander in der mummel von daher das ist wild ne ich habe jetzt trotzdem noch um doch noch das transferbudget oder was weiter transfer werden als vorgriff auf die kommende saison verwirkt okay und zählt der torwart schon ins budget für die kommende saison das ist frech aber macht natürlich sinn vier banden junge Dann nicht. Ich gewinne eine überraschende Einsicht und habe fünf Manager-Punkte. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Ja, ja, alles, was ich hier so zwischenzeitlich immer sehe, wenn ich hochgucke, sehe ich das auch so. Nee, das ist auch nicht mehr. Es gibt halt überall Franke-Gehirne auf dieser Welt. Ob das Fußballer sind, ob das Schauspieler sind, sonst was. Gibt es überall. Nur bei den Reichen lässt sich vieles immer mit Geld kaschieren. Der ist noch nicht fit. Geht von der Gelbsperre. Ist mir egal. Kommt rein. Obwohl, der König war eigentlich gar nicht schlecht. Gehen wir in den Zweiten, Alter. Jetzt müssen wir noch mal liefern, Jungs. Jetzt müssen wir noch mal liefern. Ja, jetzt kriegen wir zweimal den gleichen an. Das macht schon Sinn. Mäßig müssen wir die eigentlich eigentlich catchen, ey. Ja. Ja. Da. Ja. 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 Mal's das Video Dein Tag, Alter, ich fühl's. Genau auf den Goli, Alter. Mal's, Alter, es soll doch heute ein Tag werden, schieb doch rein das Ding. Mach doch nicht so. Richtig geile Idee gewesen. Johann König. Mann, was ist denn los, ey? Können wir bitte 1 zu 0 für in der Halbzeitpause gehen? Alter, der hält doch alles, ne? Ein Timi, Alter. Frech, ey. Frech, frech, frech. Ich hoffe, die Cam hat umgestellt, ich seh's grad nicht. Oh, ja. Ich hoffe, die Cam hat umgestellt. Ich hoffe, die Cam hat umgestellt. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Vor dem Spiel wütend sind wir. Renni hat keinen Bock. Bringen wir den Kögel rein. FTP, FTP, FTP. Bayern, FTP, FTP. FCR, FCR, FCR. Männer, komm jetzt! halt aber das ist immer so massen die dinger nicht krisse halt ganz einfach na der reaktion kommt auch nicht war läuft leute sehr stark okay stp ftp fte bion ft bion ft bion ft bion ft bion ft bion 2 in 0 Männer, komm, wir brauchen jetzt ein Unentschieden noch, Alter. Meine Fresse, doch. Das gibt's, er hält jeden verfickten Ball, der auf sein scheiß Tor kommt, Alter. Junge, Junge, was wollen die mir denn hier wieder erzählen? Ja, also. Meine Güte. Na klar hält er den, oder? Na klar hält er den. Sicher gefahren, der Ball ist am, am, ne? Ich muss den letzten Wechsel ziehen, Leute. Ich muss noch mal einen Joker reinwerfen. Rocko. Rocko. Komm, bei einer Ecke. Der Lukas, der hält auf die Birne hin. Do it. Was war das denn? Tyrone. 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 Eieieieieiei! Den Schock muss ich erst mal austreten gehen. Aber wenigstens noch den Punkt geholt. Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Wir müssen jetzt gern mal auf Stöbersuche gehen. Or flaps anglikêm. Nur auf wäre alles буду экран. Der Hüey würde den Hü 회ischen legen und den Hüey. Und wie ist es? Ich nehme meinen dazu dazu auto. Wir sachen auchliche Bauchler und der Freude genommen, dass diese 40 Personenotränek unseres 달 Buddliches tun. Söre also zu haben, wenn manんな 다니cono den Hüey-Pete gab, Vielen Dank. 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 So, wir müssen aber natürlich hier nochmal... Ist der gesperrt oder was ist los? Die gelbsperre oder was? Wahrscheinlich, ne? Ähm... Gut. Dann machen wir den Move. They move. Okay. 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 So, Benedikt, jetzt mal ernsthaft, ne? Wirkst unzufrieden. Ich habe keine Ahnung, was bei Paris überhaupt noch rumläuft, außer ein paar B. So, Leiter HR. Dann sind ja auch wieder Kanonen am Start hier, Alter. Ufa zu Handler, Zucker. Meiner, oder was? Ja, ganz ehrlich, ne? Ja, ganz ehrlich, ne? Ja, ganz ehrlich, ne? Alter, die Dortmunder haben aber auch Klopper drinnen da, oder? In ihrer Abwehr, Alter. Da waren aber auch zwei geschenkte Dinger, ähnlich wie Arsenal gestern. Alles wie immer, wa? Man muss ja übrigens hoffen, dass die Leverkusener liefern, international. Ja, nächste Saison wird dann interessanter, ne? Diese Saison ist ja eher so... Nächste Saison wird interessant werden. Oh, Klassenerhalt sollte drin sein mit der Mannschaft, ey. Die Kuhaut hat aber auch ein paar ganz schöne Wackler da. Ähm, ich bring mal den Kögel rein. Wir haben mal ein konstruktives Gespräch geführt. Vielleicht hilft das ja ein bisschen was. Ja, die Form ist gerade nicht gut in unserer Mannschaft. Das muss man ganz klar so sagen. Wir zerstören Blasels wie immer. superhero, Ne von Thanks! Moment. raphel Witze� Yeah, wenn wir zuerst kl suspended hin zum Lieder und passen, Therapiete Bitte. wir können das gleich. Ich vermute jetzt auf den Gelegenheit, Wir cần gleich alle Focus. Wir wollen das drin und ein Bit vonлы! Tod damals Malで consumption bezient, dass wir uns libraries bekommen. und weiter aufsteigen ja wenn das so einfach wäre ich hab da nichts gegner ich hab da nichts gegen ja es kommt ja auch schon auf die stärke an man sieht es ja hier während sehen wo wir stärke mäßig sein werden ich denke wir werden mittelfeld sein na immerhin haben wir eine eingespieltheit eine gewisse die erfahrung für die mannschaft hat das ist so das thema wird man sehen also viele neue verpflichtung werden wir nicht machen denke ich torwart haben wir schon wir werden uns stürmer verpflichten ja und den rest muss man mal gucken vielleicht noch ein innenverteidiger aber das war es eigentlich sonst steht die mannschaft eigentlich soweit ja wenn wir natürlich durchmarsch machen wollen dann müssten wir natürlich all in gehen wahrscheinlich müssten wir noch mal ein zwei granaten holen müssen wir mal schauen dass das auch das budget hergibt aber da wir dieses jahr ja sogar noch ein bisschen was eingespart haben wo natürlich ein bisschen kohle kriegen sollten sofern wir aufsteigen von unseren sponsoren natürlich auch ja benedikt war du hast deine chance gehabt das ding muss da reinmachen oder da gibt es nichts zu diskutieren aber mal so gar nichts der könig einfach ne der macht halt einfach ja ja ich wäre auch sehr alles gut ich habe keinen stress in dem spiel erste saison klasse halten die spieler noch ein bisschen entwickeln dass er noch eine stufe stärker werden eventuell dann noch mal ein zwei kanonen verpflichten wir werden gucken was geht wir sträuben uns natürlich nicht war wenn die chance da ist nehmen wir so natürlich wir werden sehen jetzt bräuchten wir einen flow hier 30 aber der wendy ist schon eher so der der abspieler war der vorbereiter so ach komm für 20 minuten ja eigentlich ja ne also viel halt lol das sehe ich jetzt erst ne dass hier sogar statistik ist nach 40 stunden alter ja ja der pannewitz ist der pannewitz marschiert alter der könnte vielleicht sogar noch eine stufe steigen bis zur neuen saison ist schon krass okko ist auch noch gut am stüssel gießen ist auch am machen und hier wird es dann erstmal langwierig ne bist doch fertig mit dir oder was schatz mhm soll man mal luschen wir können ja mal mhm torschützen hehehe so Tore äh ne ich will eigentlich nicht vereinen mal weil es gibt so viele statistiken hier ne torjäger so zeig her 19 Tore Emre ID Wieso kann ich den denn jetzt nicht hier scouten oder so gespräch vereinbaren kann ich auch nicht das ist schon nervig was macht der jetzt was glaub ich wer unser neuer trainer wird keine ahnung ich denke das wird sich aktuell äh was man so liest wird es ja entweder auf der Zerbi oder auf dem Nagelsmann hinauslaufen Verabsch beim Them den den die den im Das ist richtig schön, dass er wird. König. Bin ich blind oder bin ich blind oder was? Nord-Nord-Ost-West, Alter. Da werden wir ja wahrscheinlich reingehen. Wir gucken gleich mal. Ich glaube nicht, dass der Nagelsmann mit dem DFB bleibt. Ich glaube, der hat da gar keinen Bock drauf. Favorit, Kovac und Slumka. Ja, dann dreht die aus dem Verein aus. Vereine Bande. Na, Saison könnten wir eventuell schaffen, oder? Ach, Spiele noch. Ich schmeiße schon die Hasernüsse weg. Ich habe eigentlich nicht so einen richtigen Wunsch. Es muss er mit einem Freund und einer Eheball schnachseln. Der Name ist mir dann am Ende des Tages Wurst. Wenn der Trainer ein Konzept hat, und wie gesagt, wenn das gut zusammenpasst, was super wichtig sein wird, die kommenden Jahre, dann ist der Name mir eigentlich Wurst. Wenn wir die ganzen Graupen behalten, dann hätte ich mir den Hoeneß gewünscht. Der wäre wahrscheinlich der Einzige gewesen, der die Spieler hätte nach Leistung aufstellen können, ohne dass die sich beschweren gehen. Aber der hat ja relativ schnell gesagt, meh. Okay, ich muss spielen. Okay. Mmh. ja deswegen sage ich das muss halt mit mit freund und eber passende oder sagt wirklich der rückhalt da ist im verein männer haben wir kein bock oder was die zeigen immer die torhüter die wachsen alle wie bei bayern die tote wachsen alle was ich hinaus gegen uns marco sehr gut oh ja 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 Bauspiel ist eigentlich nur besser werden kann. Sie hören Geschrei und seltsame Geräusche aus der gegnerischen Kabine. Anscheinend ist dort ein extra Motivator am Werk. Aha. Das heißt, ich komme extra heiß raus, oder was? Dann bringe ich direkt mal den König. Oh, die Lüsse sind eklig. Lüsse, Vorlage, Johann. Machina. Dann spiele ich auch weiter. Oh, die Lüsse sind eklig. 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 Der Kögel, ey. Oh, die Lüge sind eklig. Oh, die Lüsse sind eklig. Das ist immer noch auf dem Markt. Das ist immer noch auf dem Markt. Der Dribbelkünstler. Christopher möchte eigentlich gar nicht mit ihm sprechen. Egal. Der ist ablösefrei oder was? Warum erzählt der mir jetzt wieder was von meinem Budget? 17%. Der ist richtig heiß auf uns. Wo bist du, Alter? Von dem hast du auch nie was gehört, oder? Von Karl? Noch nicht, wo er bei uns im Verein war. Tyrone! 14 Tage. Out of order. Also bis 23 mach ich, ne? Mhm. Ja, aber war ja auch so ein ruhiger Geselle, ne? Präsidenten haben bei uns ja eh nichts mehr zu sagen. Lukas! Wie wen daddeln wir denn hier überhaupt? Komm, dann lass ich mal den Isen drauf. Weil der Isen brauche ja noch ein paar Wisschen, bis er aufsteigt. 1 zu 1 PSG. Ja, sieht man halt knappe Kisten, alles, ne? Abgesehen von Dortmund jetzt. Was? Aber ansonsten alles... Platte, Boden, was? Platte, Boden, Tor, oder was? Ja, Elfer, Rot. Junge. 1 zu 1. 1. 2 zu 2. resistor rom nam und was? wir sind gerade sehr zweikampfschwache ich das so sehe jetzt kommen wir ein bisschen gibt sie gibt sie auch eine latten statistik oder was latten und forsten statistik da führen wir aber mit abstand ja bei meiner kann ich auch nichts anfangen ich sehe das war wichtig für den stufenaufstieg muss aber ein bisschen liefern franz war eh der beste wow immer versuchen sie doch mal jetzt wahrscheinlich konnte zum 30 dann ist der bums durch schönes ding naja das ist halt sie mir ohne fußball ist halt super abgepixt da müssen wir nicht drüber reden komm mal komm wir meckern über den forsten dann gehen sie rein franz war der beste egal in welcher funktion bei uns einfach so ein charismatischer mensch oder weil ich auch so ein ehrlicher mensch ne einfach einfach nicht gestalt das ist das ist das ist was lol da spielt echt noch der Griesmann rum, oder was? naja dafür ist der Marco auch nicht da dafür ist der Marco nicht da also alles gut Alto Belly Juuu dann wechseln wir doch mal ein bisschen würde im Moment nicht wechseln, mein Co-Trainer würde im Moment nicht wechseln das ist ja sehr schön für dich, deswegen bist du auch nur der Co-Trainer und ich der Trainer verstehst du? so ein Ding so wir werden nämlich mal den Pannewitz ein Päuschen gönnen ja wir werden auch in den David eine Pause gönnen, auch wenn er Note 1 hat, auch wenn er jetzt rummeckert, dann ist das so und wir bringen noch einen Randy rein für ein bisschen frischen Wind vorne ja du kannst dir wie war es für junge Spieler, wenn er selber 20 ist, hört sich ein bisschen doof an oder? jetzt in der Browser holen guck mal, da ist er noch zufriedener ach, göttlich ich habe es ich habe es einfach drauf ich kenne meine Mannschaft halt Happy Cat, habe ich nicht den Zaun, muss mal einspielen ja Männer, der macht jetzt noch eine Bude, damit wir wenigstens einen neuen Rekord hier aufstellen für uns ich meine 12 Schüsse hätte ich nicht sagen sollen, war klar ja aber dann ließ den Ball dahin oder was? du 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 wie er einfach anzieht, ne? Maschine schönes Ding vom Isen nochmal das war das Männer guck ich mal einmal nicht hin, ne? Pech mehr als Jut jetzt? muss ich nochmal einkassieren, alter lächerlich naja ist auch eine andere zeit ne ist eine andere zeit heutzutage und damals die wissen das gar nicht mehr zu schätzen heutzutage ist das alles gang und gäbe wenn du aus der ära kommst oder wo der kaiser herkam da ist alles noch ein bisschen anders da weißt du das glaube ich noch alles ein bisschen mehr zu schätzen wenn trainings frei ist dann nutzen wir die zeit natürlich du Nur noch halb schwach im Kopfball, nicht mehr ganz schwach. Ja, ich sag ja, das ist halt auch eine andere Zeit. Ja, das ist halt. So ist das halt einfach. Und heutzutage ist das noch schlimmer. Heutzutage, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann wird das ja gleich von dir erwartet. Wie du sagst, dann kommt einer, hält dir das Handy in die Fresse, ob du gerade da mit deinen Kindern hockst oder sonst was. Das interessiert die meisten Menschen ja gar nicht. Die rennen einfach rein, das ist selbst gegeben, so, du bist in der Öffentlichkeit, Bäm, du hast das jetzt zu tun. Ist halt alles so ein bisschen anders heutzutage. Ja, der Fußball hat sich halt auch rasant entwickelt, ne. Oh, jetzt haben wir nochmal Preußen Münster 2, ja. Welt, Welt, Welt. Ja, da siehst du halt auch nur auf der Bank, Alter. Was hast du denn so in der Karriere gerissen? Gar nichts, oder was? Das ist ja wild. Okay, den können wir schon mal entfernen. Hm, 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 hm. Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, der springt halt jeglichen Rahmen, was Gehalt angeht, wahrscheinlich. Komm, haben wir den auch schon gesprochen, oder was? Ja, Korrektionspunkte haben wir auch nicht mehr. Dann können wir den auch direkt, wo wir das nehmen, mal drauf. Willst du? Wo ist denn Münster, ey? Hm. Oh, du Grammiger, gibt's das überhaupt heutzutage noch? Organisationsleiter, wofür auch immer der gut ist. Junge, ich krieg dir keine Rentenverträge bei mir, ne. Das sollte klar sein. Auch größere Büros. Okay. Ja, keine Ahnung, da war ich nie so der... Ich hab mal ein Originalautogramm von, äh, Michael Groß gehabt, wer den noch kennt. Als ganz kleiner Bub aber, weil der beim Bund war und mein Vater war sein Vorgesetzter und da hat er mir mal so ein Originalautogramm besorgt. Ansonsten, Fußballtechnisch, ja, ich hab mal ein paar gehabt, ja. Ja, aber das ist, ist aber das schon ewig her. Hm, 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 hm. Die Leute höflich sein sollten, ist ja nicht die Frage, aber man muss sich ja nicht den Oberlehrer raushängen lassen. Ich erinnere mich nur an den megaarroganten Rüdiger, der beim WM-Spiel gegen Japan auch den Respekt den Gegner gegenüber hat vermissen lassen. Ja gut, ich kann mit dem Rüdiger eh nix anfangen. Seinen komischen Sprint, da sind wir wieder bei dem Thema Vorbildfunktion. Naja, also der Rüdiger ist nach seiner letzten Aktion auch keine Vorbildfunktion, ey. Ja, ja, das ist richtig. Also klar, wenn du Jugendlicher bist, dann nimmst du dir natürlich was, äh, davon an, was so deine Vorbilder machen, ne. Das steht ja außer Frage. So, du warst der super, ne, du warst das nicht, dann war er das hier, ne, der Bar war das genau. So, ich weiß nicht, ob er das hier gebaut hat, mir das so oder was. So, ich wohnen ist leider ein bisschen. Ja, egal, ich lasse mal den Kögel da, das passt schon. Naja, alles gut. Eieieiei, der Stotterbeck, das ist auch ne Pfeife, Alter. Ja, aber früher hat man halt noch mehr, mehr Respekt gehabt, so, ne. Ich kann mich noch dran erinnern, wo hier Bayern mal hier in meinem Heimatort gespielt hat, die Vibuka war das. Und, ähm, da hat man halt noch Respekt gehabt, so, vor den Neuen. Heutzutage ist das ja alles nicht mehr. Boah, das war ja traumhaft gespielt, Alter. Ihr musst halt nur reinschieben, Marco. Wie gesagt, heute nehmen die Leute das halt so als gegeben hin. Jetzt geht's aber langsam knapp hier mit den Innenverteidiger, du. Ja, schön rausgespielt, gerade, ne. Aber der Marco, der ist wirklich alles, aber kein, äh, kein Torschützer, Alter. Ja, und dann klar, der Goalie, der hält natürlich auch wieder alles, was zu halten ist. Ich, äh, bring das Ding. Ja, den muss er auch machen, aber mit Ansagen. All to belly, ey. Na, ey, ich wollte sagen, na, endlich, Alter. Dann ist der wieder vorbei, oder was? Gib mir eine andere Kamera hier. Na, ja, die Frage ist ja immer, ob das so die, die, die Spieler sind, ne. Ich denke, bei vielen sind das einfach irgendwelche Agenturen, die dahinter stehen. Jetzt muss ich wieder eine Rochade fahren, hier, die vom Feinsten ist. Muss ich den Ballier dahin bringen, den dahin. Und dann muss ich den linken Außenverteidiger mit dem Bar bringen. Mega. Und dann fahren wir den Bums erstmal weiter. Aber ja, na klar, ist schon richtig, ne. Ja, das kommt immer drauf an, ne. Kommt halt auch immer auf die, auf die Typen drauf an. Oder ich sollte hier keine Kamera steuern, ey. Dann ist gleich... Gleich alles weg. Keine Ahnung, kann man aber auch schwer einschätzen, ne. Dass irgendwann nervt oder nicht nervt. Also, ich kann das auf jeden Fall nicht einschätzen. So. Wie sieht's aus hier? Rechte Seite ist ein bisschen offen. Mitte ist komplett zugeballert, Alter. Läuft. Geh mir doch mal ein bisschen. Bisschen mehr. Rechts rüber, ruhig. Und gucken mal, ob wir das nutzen können. Und wir könnten sogar noch... Haben wir den? Aber der ist noch echt mies, ne. Nimm den mal mit rein. Männer, ihr müsst ihr halt einfach dann auch nur rein machen, ne. Warum ist die Kamera so weit weg? Ist ja ganz verwirrend. Also, statistikmäßig ist das hier wieder ein Graus, dass das Spiel 0-0 steht, ne. Sagen wir mal, wie es ist. Und da werden wir jetzt nochmal den König bringen. Und wir legen nochmal eine Schübe drauf. Auf und fahrt. Ah, da gibt mir jetzt endlich wieder noch... Ja. Bild. So, jetzt... Aber Eckentor wenigstens, oder? Leute, 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 Alter. XG-Wert von 2,75. Randy, ohne Scheiß. Das ist Todesstrafe, ne. Ausgepeitscht, auf den Stadel bei uns. Junge, 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 ey. Dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, ist eine Farce. Johann, hast du noch was im Köcher? Hör auf. Hör auf. Das könnten doch noch 90 Minuten länger gehen. Dann würden wir eben noch kein Tor schießen. Na, also. Der König hat's nochmal geknipst. Ranius. Eieiei. Ich glaube, jetzt wirklich durch werden, wenn wir nie erfahren, ist, glaube ich, auch so eine Sache, wie bei uns. Hast einen Scheiß-Tag, hast eine miese Laune, egal ob du jetzt Leon Goretzka bist oder Hansi Müller. Da ist das in der Öffentlichkeit stehen eher die Schattenseiten. Ja, klar hat das Schattenseiten, da müssen wir nicht drüber reden. Können wir noch irgendwie, äh, jugendmäßig, was, äh, die wollen ja alle nicht Vertragsgespräche mit mir führen, ja. Wenn man wirklich frech ist. Ähm. Ja, aber dann ziehe ich die beiden noch hoch. Die können wir nächste Saison vertickern vielleicht. U17 können wir noch keinen, oder? Da haben wir aber ein paar vielversprechende Talente am Start. Aber mit 16 könnten wir schon Vertragsgespräche führen, okay. Aber müssen wir ja noch nicht. Ja, der könnte aber richtig was werden, ja. Der Arnold. Der Arnold, Schwager, alter. Maschine. Ah ja, wir starten jetzt schon, da gehen wir mal hin. Hm. Muss jetzt mal ein bisschen schon mal schauen. Dass wir unsere... Die Ecken mit rein, die Ecken ein bisschen hochziehen. So, was haben wir hier? 11.000 Gehalt, ey, es ist ja niedlich, oder? Warum, ey, ich hab heute mein, mein Großzügig. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Ich hab noch mal gelesen, wenn Spieler kein Social Media übernehmen, dass die Vereine... Ah, das weiß ich gar nicht. Dass es beim FC Bayern so ist. Denk mal, es kommt auch immer auf den Spieler drauf an, ne. Denk mal, wenn der Spieler auch nicht wirklich interessant ist. Du kleiner Pisskopf, alter. Der Sterntyp, ne. Kleiner Wichser, alter. Geldgierigen Drecksäcke, siehst du? Hier siehst du das schon. Ich muss erst ein Billardtor her, ja. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, mir persönlich wird das auch richtig auf den Sack gehen. So Kinder oder so, ja, da würde ich sagen, alles gut. Aber wenn da irgendwelche... Pissköppe ankommen, oder so Jugendliche, die sich assi verhalten, alter, da würde ich halt auch... Weißt du, mir auch scheißegal. Stand da nicht neue Stufe, Stufe 8 und Stufe 8 geht gar nicht in meiner Liga, oder was? Da habe ich irgendwas verpasst, oder was? Ja. Oder wird die jetzt hier nur noch nicht angezeigt? 2,8. Da ist natürlich schon fett, alter. Können wir vielleicht ja doch... Attacke machen. Brunasar zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Oh, das ist dann negative Social Media, das ist ja auch schon wieder gut. Jede Werbung ist gut. Ja, das ist schon richtig. Also bei den Leuten, die irgendwo da 20 Mille verdienen für unterirdische Leistungen... Ja. Kann man das schon so sagen, ne? Wobei ich da auch nicht wirklich auf dem Laufenden bin, weil bei uns jetzt irgendwie Social Media mäßig... Irgendwie wie aktiv ist. Das Einzige, was ich mitkriege, ist von Müller ab und wann, weil die Mara das mitkriegt. Alles andere kriege ich persönlich gar nichts von mit. Fortschritt, rechter Außenverteidiger. Das ist halt die Frage, was ich mit ihm mache, ey. Der Eason, der weigert sich ja aufzusteigen hier. Deswegen muss ich den gerade spielen lassen. Ansonsten würde ich halt sagen, ich mache aus dem Bar einen linken Mittelfeldspieler. Weil dann wären wir da auch safe auf der Seite. Triney mit dem Laufe der nächsten Saison aufsteigen. Mats steigt auch noch auf. Der hat einen weiten Weg vor sich, ist okay. Aber Kögel sollte auch noch aufsteigen, was jetzt nicht super wichtig ist. Aber Randy Orton und Stürmer wollen wir eh noch verpflichten. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber Rocco sollte auch noch kurz vor dem Aufstieg stehen. Der muss halt einfach ein bisschen spielen. Aber der schuchst da jetzt ein 8,3, Alter. Es ist der Kimi schlechthin, ey. So, was ist mit unserer Innenverteidigung? Alles tot hier, oder was? Ich gucke gar nicht auf den Gegner. Wir fahren einfach ab. Den mal aus. Abfahrt. Deon Zetsch, Thomas Teemu, Sarah, Lio Emanuel, Heavy sind nur ein paar. Ja, aber kommt ja nicht wirklich was bei Rom, bei Dortmund, bei Besitz. Aber mit 2-1 gemacht, oder was? Eieieiei. Der Kör leer. Mats, mach es. Hat er wieder gehalten, ne? Geht wieder los, ey. Nein, 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 konnte auch nicht. Schau leer. Na ja, ist doch gut für doch. Man soll doch mal noch 2-2 machen. Sei ihm gewöhnt. Kann mit dem, äh... Atletico-Fußball eh nix anfangen. Wo die mich schon überrascht haben in der 1. Halbzeit, dass sie doch so offensiv waren. Konter, na klar. Die Sühle für den Fummelfriede, alter. Aber gut Wo er which- Wo er steht. Wo der Gimmivaldi. Wo er steht. Wo er steht. Wo er steht. Wenn die auf der Blink fällen, brauchst du doch nicht abziehen, Alter. Mann, Mann, Mann. Ja, leiten wir wieder ein Konter ein, oder was? Naja, auch beim 2-0 wäre noch alles drin gewesen. Zwei Tore kann man schon aufholen, nämlich. Ich weiß jetzt nicht als BVB, aber in der Regel. So, Männer, wie sieht es denn aus hier? Die mauern aber auch alle hier. Obwohl, die spielen ähnlich wie ich, ne? Randy, ich muss dich leider ersetzen. Was sagt der Eason? Warten wir mal noch, bis wir den König reinwerfen. Die, 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 die. Männer, so langsam müssen wir das Ding machen, sonst sehe ich gleich schon wieder, wie das hier alles endet. Na, also. Tja, Gürgel mal wieder, Alter. Ist unser sicherster Stürmer, den wir haben. Ja, der Deko ist halt Simeone-Fußball, ne? Der ist halt einfach abgewichst, Alter. Das ist halt so. Wow, hat der Marco mal ein Tor gemacht? Was ist denn da los? Mann, der freut sich auch noch richtig. Der reißt noch richtig die Arme hoch. So wird er wohl nicht übermütig werden, ne, Marco? Ja, mir Marco habe ich schon echt einen guten Transfer gemacht, Alter, ne? Der war auch gar nicht, äh, gar nicht teuer. Ich will mich ja mal wieder selber loben. So, da würde ich doch sagen... Wenn der Mats ist im Moment nicht wirklich gut drauf, ey, den König bringen wir aber auch nochmal rein. Und den Luchs bringen wir auch noch. Könnten wir sogar den Bar noch bringen. Komm, stell dir einfach da, nichts zu los. Oh, da würde ich das Zeitschaukeln, das 3-1, oder? Boah, das war ein E-Boy. Das war ein E-Boy, ey. Ja, ja, die Athletico ist schwer, doch oft so. Das ist voll gemüßtig. Aber ich hoffe, man hat jetzt noch einen gleich. Menna. oder so stark sind wir eigentlich schon aufgestiegen ja aber naja ähnlich wie wir sind seit auch seit jahren nicht nicht stabil ausrüster können wir mal reinschauen so ausrüster ja jungs da will ich aber jetzt ordentlich was sehen hier weil nächstes jahr spielen die liga höher ist euch klar oder nehm ich die oder kriege ich nächstes jahr einen besseren das ist halt die frage ne das ist ja nur für ein jahr in die gelbe für beide naja das wird ein heißes rückspiel dann in dortmund da ist alles drin naja jetzt kommen wir erstmal ohne taktik ne schön erstmal wechseln erstmal die zeit von der uhr nehmen schatz machst du da wieder komische sachen mit deinen punkten oder was ich hab das im auge vielen dank für die spinnenviecher aus seinem keller die hier einzug gehalten haben ja na klar dann töte sie doch einfach alle dann töte sie doch einfach alle ist doch kein problem oder nicht so Was ist da los? Randy Orton ist nicht da. Das Bild. So, Eason, was ist jetzt los, Alter? Kurz und dicken, ey. Wir spielen. Was soll der Rina noch? Scheiße, siehst du, scheiße. Fünf Minuten gibt's. Einfangen und aussetzen. Kann man auch machen. Nee, ich will gar kein Foto sehen davon. Geht's wieder los? Ist wieder eins dieser Spiele, ja? Zwei Chancen in den ersten zwei Minuten, zweimal forsten. Willst du mich verarschen, oder was? Nee, ist das Sound nicht buggy gerade. Ist denn laut, leise? Ja, aber sonst. Junge, können wir jetzt endlich das Tor machen, bitte? Ja, ich hoffe, da kommt irgendwann immer bald ein Fix, dass der Sound hier vernünftig funktioniert. Und dann stimmt das wirklich schön. Das ist sehr schön. Applaus 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 Machen wir das Spiel gerade so, als müssten sie unbedingt noch das 2-2 machen, Alter Statt das Ergebnis einfach einzutüten, ey Vielen Dank. Ja, sind gute Pfiff hierhinhalts, ne? Jetzt auch alles in ein Spiel machen können, anstatt hin und rückspielen. Halt auch die Chancen annehmen, das ist die wahre Pfaff. Junge, Junge. Na ja, deswegen sind die Dortmunder 2. Halbzeit aufgebracht, wa? Da ist noch alles drin im Rückspiel. Auch noch Latte. Ei, ei, ei. Ja, gut. Die Aufstiegsfeier müssen wir dann auf nächstes Mal verschieben. Mit mir droht hier nichts mehr, ey. Heißer Rückspieler, auf jeden Fall, ja. Rogo Livoso nur quer reinlegen, Junge. Man, 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 man. 14 Schüsse. 14. Ist doch kein Cliffhanger, ich bin ja schon aufgestiegen. Ja, zumindest bin ich Meister, ich weiß nicht, ob noch eine Aufstiegsrunde kommt, aber auf jeden Fall bin ich Meister. Das kann mir ja keiner mehr nehmen. Es sind noch vier Spiele, heißt zwölf Punkte. Wir haben was vor. Tabelle. 20 Punkte Vorsprung, also alles ist gut. Ist kein Cliffhanger. Die Fänger wäre es, wenn es spannend wäre, ja. Aber da wir hier gerade pro Spiel irgendwie 20 Chancen rausspielen und den noch daneben schieben, dauern die Spiele halt. Das ist noch eng hier, wa? Topscorer. Na, guck's hier an, naja, meine Mitte fett Spieler. Eason, ein Punkt noch, oder was? Ja, aber das bringt mir nichts, da muss ich wieder den Co-Trainer alles machen lassen, der wuselt wieder alles durcheinander und ach, nee. Nee, 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 dann mach ich das lieber selber. So, ein Spiel machen wir noch, dann mach ich Feierabend. Tu es, Hiltrop. Der Mannschaftskoffer ist mal wieder aufgegangen. Jetzt mal hier das Saison schließen. Und dann werden wir für nächste Saison richtig die Co-Trainer raushandeln. Also für den Aufstieg bekommen wir bestimmt so Aktionspunkte. Und dann gehen wir richtig rein. Dann machen wir schön die letzten drei Spiele, die werden wir schön zelebrieren. Dann werden wir nochmal nach dem Stürmer gucken. Dass wir irgendeine Kanone noch finden, vielleicht schon mal im Vorfeld. Und ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus bei uns. Sind, glaube ich, konkurrenzfähig. Genau. Co-Trainer. Urst, Alter. Ja, vielleicht hätte ich echt nur Deutschland nehmen sollen, so. Was simuliert wird. Weil hier werden ja irgendwie ein paar mehr liegen simuliert. Das dauert halt immer alles. So, warum ist der König denn jetzt im richtigen Mittelfeld? Das ist ja wild. Tod, tot. Nee, gelb gesperrt. Okay. Er ist tot. Randy ist wieder da, oder was? Ja, der Kögel hat ja echt abgelustet im letzten Spiel. Das war schon frech. Ähm... Dann machen wir das so. So ein Ding. So, Eason ist kurz vom Level ab. Den lasse ich nochmal spielen. Ja, ansonsten ist hier Abfahrt angesagt, Alter. Abfahrt. Ja, wir können meinetwegen... Stürmer und die hängende Spitze. So sieht's aus. Der Co-Trainer ist der Erste, der von hinten reinrammt, ne? So, Zweikampfverhalten sieht gut aus. Außerglichen. Alles tupi. Okay. Okay. So habe ich zwar, wie viele Zweikämpfe hier geführt werden, immer in dem Spiel. Ist schon wild, aber gut. Na ja, da ist das Nachfuglöch dabei, wenn's um Messern geht, ne? Schön. Na ja, da musst du doch auch reinmachen, Männer. Eieieiei. Ich meine, diese Saison können wir uns das hier erlauben, aber nächste Saison... Da brauchen wir echt noch einen Vollstrecker, ne? Und Co-Trainer geschmeidig zum Trainer hochpushen. Bülzle. Ach, Eason, Alter, jetzt doch mal ernsthaft. Also... Wild. Ich sehe, jeder Torwart wächst über sich hinaus gegen uns. Frech. Einfach nur frech. Na endlich, meine Jüte doch. Wir können ja gleich schon mal einen kleinen Ausblick in die Liga machen, wo wir wahrscheinlich hingehen. Das können wir machen, so stärketechnisch. Aber da kommen natürlich noch drei Absteiger bei. Die werden natürlich richtig stark sein, sehr wahrscheinlich. Das machen wir gleich noch, wenn die Ende ist. Hier kommen wir, wieviel Zweikämpfe geführt werden. 30 zu 30, Alter. Bild, ne? Wohl fürs ganze Team ist das ja, ne? Ich wollte gerade wechseln, ey. Schön, sehe ich schon. Sehr schön. Bein jetzt reinlegen. Der Philipp Welter, ey. Der Philipp. So, dann wird Zeit für den König. Und für den Kögel, unser Innenverteidiger ist auch am Schummeln. Dann... Mh... Mh... Ne, wir nehmen ihn nur raus. Zack. Abfahrt. Mit Multiple Fotomayor. Mit Der Philipp... Ja, das ist jetzt schon mal raus. Mit Das ist jetzt mal raus. Mit Untertitel. Ja. Mit Untertitel. Ja, ich hätte das nur erwartet. Nach den zwei mehr Jahren schon. Konstantin Winzer. Weil ich muss auf jeden Fall dann, wenn wir Ende der Saison haben, die Wochen muss ich nutzen, ey, um unsere Schwächen im Training so gut es geht schon mal auszubügeln. Alter Belli, ey, das können die mir doch alles nicht erzählen, jeder Torwart gegen uns. Wir können hier Vereinen folgen. Normalerweise müssen wir noch unter F sein, oder? Immer noch nicht, oder? Reicht das? Riesen, endlich, Junge, war das ein Kampf mit dir, ey. Sag ich dir, wie es ist, ey. Das Aufsteige in der neuen Liga-Corp ist teilweise wie eine neue Frau kennenlernen. Vom Weiten lockt sie, bist du erstmal da und siehst sie aus der Nähe, schockt sie. Da hast du aber einen Vergleich rausgezaubert. So, ich speichere auf jeden Fall schon mal, wegen der Sicherheit. Und dann gucken wir noch mal kurz in die Statistik rein. So, hopp, 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 hopp. Wir brauchen... Teamstärke. So, wir haben natürlich gut aufgebaut hier, Teamstärke. 6,16er mehr. Wenn wir jetzt in die Regionalliga West gehen. Alto Belli, ey. Ja, ist schon eng. Also, wir sollten schon... Wir sollten schon im Mittelfeld auf jeden Fall mitspielen, ne? Mit ein bisschen Glück. Wer weiß. Wir wollen mal nichts vorhersagen. Wir müssen mal gucken. Weil das Problem ist immer noch... Das hier. Unsere Erfahrung ist halt super gering. Das ist halt unser Problem. Ja, aber es ist alles eng beieinander, ne? Man wird's sehen. Wir können noch mal ganz kurz in den Kader losfahren. Hier seh ich das gar nicht, ne? Seh ich das hier? Auch nicht. Aber warte, ich hab doch hier so ne tolle Statistik eingebaut hier. Also. Ivankovic wird nochmal aufsteigen. Das ist aber unser Defensiver, oder? Genau. Ist nur Ersatzmann. Pannewitz wird aber nochmal aufsteigen. Super wichtig. Dann ist der auch ein Achter. Und der hat noch so viel Entwicklungspotenzial, alter. Das war halt auch ein Megakauf. Kögel wird aufsteigen. Das ist gut. Den werden wir auf jeden Fall auch behalten, denke ich. Dwayne wird auch knapp werden. Aber innerhalb der Saison steigt er auf. Das ist unser rechter Mittelfeldmann halt. Geht auf 6 hoch. Da könnte man vielleicht überlegen. Franzen ist der Junge. Torwart. Linkes Mittelfeld. Ja, da sind wir alles weit weg. Ja, ja. Okay, der Pannewitz geht noch hoch. Das ist wichtig. Der Dwayne wird auch noch hoch gehen. Das ist okay. Ja. Vielleicht werden wir noch einen Innenverteidiger verpflichten dann. Stürmer auf jeden Fall. Torwart haben wir ja schon. So ein 7er Innenverteidiger würde ich halt noch fühlen. Neben dem 6er. Weil er braucht halt noch ewig. Wer hat ein guter dritter Mann hier. Wer ein guter dritter Mann. Komm, ich guck nochmal zum Abschluss. Komm, ich guck einfach mal rein kurz. Komm. Rein in den Bums hier. Zeig hier ja. Innenverteidigung. Anführer bitte. Innenverteidigung. Anführer. Ja gut, einen 8er kriege ich nicht. Diebener wahrscheinlich schon nicht. Ja, den Karsten Florian würde ich schon fühlen ey. Wo der Rio Alonso Jose Enrique auch nicht schlecht ist. Ja, ja, ja. Können wir auf jeden Fall mal scouten. Den scouten. Den scouten wir auch. Auch schon mal für nächstes Mal. Nehmen wir den Ahmet auch noch. Aber Ahmet hat nur zwei. Der Neonschneider. Ja. Mal eben, ob die auch alle eingestellt sind. Jetzt nämlich nicht. Dann gehen wir vielleicht an einen von den dreien dran her. Ja. Weil noch einen weiteren Anführer fühle ich halt schon. Okay. Dann muss ich nochmal speichern. Mojan. Okay. Das war's. Ja. Das Laie tue ich mich immer schwer mit. Weißt du? Ich mag, dass ich mich den Spieler dann über eine Saison entwickeln und dann ist er weg. Und Laie war halt auch nicht so billig, dass sich das lohnt. Neue Liga müssen wir halt mal gucken. Vielleicht sieht es da ein bisschen anders aus. Aber bisher hat sich das nicht wirklich gelohnt. Dann kann ich lieber auch einen kaufen und den entwickeln und ihn dann entweder vertickern oder weiter halt fördern. Aber schauen wir mal. Nächstes Mal steigen wir dann auf jeden Fall final auf. Hoffe ich, dass es keine Aufstiegsrunde mehr gibt. Wer weiß. Das wäre natürlich der Super-GAU. Aufstiegsrunde und wir schaffen es nicht. Wir werden es sehen. Vielen lieben Dank, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hier die Weltherrschaft im Fußball an uns reißen werden. Tschau. Bis zum nächsten Mal.